So, gemutet war ich nicht, aber es war das falsche Mikro eingestellt. Danke OBS dafür. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist almostmagicblocks.de. Wir legen los. Legacies angesagt. Es ist der erste Sonntag im Monat. Das heißt, es ist Legacy-Mann-Flee-Zeit. Zum Beispiel da drüben Raccoon Rises. In Ulm findet das ganze statt. Schön, dass ihr reinschaut. Wir sind gerade in den letzten Vorbereitung. Gibt noch so ein paar Nachtzüge aus dem Stau. Auf die warten wir natürlich. Wir sind jetzt glaube ich schon 16 Spielende, die angemeldet sind. Ich gucke noch mal kurz in den Event-Link. 17 sind jetzt schon drin. Also, auf jeden Fall über 16 Leute. Das heißt, es gibt ausreichend Legacy für euch zu sehen. Ich habe auch viele Decklisten da. Nicht ganz alle. Das heißt, es wird auch wieder Einblendungen geben. Der Freaklet der Sebastian ist heute nicht dabei, der ja eigentlich unsere Technik immer stellt. Das heißt, der Lukas ist heute unser Ersatzkamera-Kind. Er hat seinen Laptop reingeschleppt und wir haben alles aufgebaut. Ich hoffe, es hält alles die Technik. Ist jetzt so ein First-Try als Backup, damit wir auch häufiger das Legacy übertragen können und nicht so auf, wirklich immer auf Freaklet dort und mich hier fixiert sind. Aber ich denke, da geht was. Wir haben es gerade schon ein bisschen getestet. Sollte okay sein. Ich hoffe, das Licht und so spielt mit. Kriegen wir aber hin. Ansonsten, ich kann schon mal so ein bisschen was über das Metagame sagen, weil ich ja viele Listen habe und es ist querbeten. Also, es ist jetzt tatsächlich nicht so, als wären wir hier in der Reanimator Show. Ich habe tatsächlich ein explizites Reanimator. Da habe ich nur eins momentan in den Decklisten. Aber wir haben ansonsten alles mögliche. Sultai-Piles, Merfolk haben wir. Wir haben Moongoblins, wir haben Beans Domain, wir haben Eldrasi, wir haben Lens natürlich, Cradle Control, Sultai, Mono Black ist da, Temo Rhinos, Maverick, Stiflenor, Dimir. Also, ich weiß nicht, was er mehr wollt. Legacy zeigt mal, dass da noch was geht, auch wenn da natürlich jetzt auch so ein Ban vielleicht mal irgendwann kommt, weil Grief ist schon ganz schön griefig. Schauen wir mal, was da dabei raus purzelt. Ansonsten hoffe ich, ihr habt trotzdem ein bisschen Bock, auch bei diesen Temperaturen, auch wenn es heute hier gerade halbwegs erträglich ist. Ich schaue mal kurz, wie soll die Anmeldung sind. Ihr wisst ja, ihr macht das hier als One-Man-Regie. Das heißt, ich muss ja mal über die Screens ein bisschen hüpfen und auch ein, zwei andere Dinge gucken. Wer ansonsten vorbeischauen möchte in Ulm, zum Waschbären, findet ihr das nicht zu übersehen. Ist natürlich eben jene Bar, die ihr gerade im Titelbild gesehen habt. Insofern, da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen, eine gute Zeit haben. Magic wird da eigentlich quasi immer gespielt, gerade wenn man sie noch mal kurz abgesprochen hat. Wir von magicblocks.de werden in zwei Wochen beim Commandfest sein. Das heißt, wer in Frankfurt ist, wird den mindestens mal den Sebastian und mich dort sehen. Kommen noch ein paar andere Ulmer Lokale, Leute mit. Also, wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen Content machen bei Ultimate Guard. Wir sind also von Ultimate Guard und J.K. da eingeladen. Ihr werdet uns sehen. Dann allerdings mit Commander. Heute mit Legacy. Legacy ist ja immerhin nicht ganz so gebeutelt wie Modern, wo Nado ja eskaliert und einfach nicht gebannt wird. Was soll man sagen, ne? Das ist nicht der mega gute Move, aber jetzt müssen wir durch. RCQ-Season im Modern-Format die ersten Wochen. Der Bann wird kommen, ne? Der ist unvermeidbar. Was wir da auch noch machen können, gestern auf der GenCon in Amerika wurde ein neues Produkt gezeigt, nämlich Mystery Booster 2. Es gibt eine neue Event Edition oder wie auch immer. Con. Die Edition mit diesen Playtest-Cards auf jeden Fall. Wurde gestern erstmals gespielt auf der GenCon. Gämen wir jetzt mitgebracht. Da schauen wir nachher mal in so ein paar Preview-Karten rein. So eine Edition ist ja sehr groß. Ich glaube, Mystery Booster 1 hatte 1700 Karten. Das heißt, das ist natürlich kein abdeckendes Preview. Aber wir wissen schon, White-Bordered-Cards kommen zurück. Future-Side-Rahmen kommen zurück. Es gibt Karten, die bisher noch nicht in Papierform existiert haben. Hi Dreamcatcher. Die auch kommen. Zum Beispiel Arena-Karten oder Dreamcast. Karten aus dem Dreamcast-Spiel früher. Die werden jetzt erstmals gedruckt. Ja, also Gimmicks gibt es genug. Natürlich auch wieder diese Playtest-Cards. Von denen ich persönlich jetzt ja nicht der Ultra-Freund bin. Aber mei, für so ein Event ist es glaube ich noch okay-isch. So. Ich verifiziere mal. Ja, das ist halt. Also es ist halt auch so, jeder feiert was anderes. Muss man fairerweise sagen. Ich brauche die White-Bordered-Cards jetzt auch nicht bei normalen Karten. Aber mich stört es jetzt auch nicht des Todes. Insofern, wenn die Leute es feiern, umso besser. Und ansonsten schauen wir nachher mal durch. Ich habe Twitter aufgemacht. Wir suchen mal durch. Es gibt ja viele Karten, die man da schon mal sehen kann. Zum Beispiel auch Karten, die wir heute sehen. Dann kommen dann in neuen Varianten. Ich habe zum Beispiel gesehen, der Counterspell im Future-Side-Rahmen mit den Mercadian Masks Artwork. Schick. Schick. Ich glaube, Crashing Footfalls kommt auch im Future-Side-Rahmen. Also. Es gibt da schon so ein paar Dinge, die vielleicht dem einen oder anderen doch gefallen. Ja, inzwischen gibt es ja so viele Varianten, da ist White-Border jetzt nicht mehr das allergrößte Problem. Es wurde auch ein bisschen mehr zu Foundations erzählt. Das ist ja diese langjährige Standard-Edition, die da im November rauskommt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da müssen wir jetzt zum Beispiel, dass Pre-Release-Kids gibt. Das wird also ein Limited-Format sein. Das war ja noch nicht so ganz klar, weil die Edition noch nicht so groß ist. Das wird schon Hardcore-Set-Vibes haben. Also da brauchen wir uns, denke ich, nichts vormachen. Ja, aber wie gesagt, es scheitert nie daran. Oh, jetzt fällt mir ein, was ich noch nicht laufen habe. Das starten wir direkt noch. Nämlich den Bot, der die Alerts macht. Jetzt sind es 20 Spielen durch den Eingetragen. Also insofern soll es demnächst losgehen. Gut, der Bot läuft. Ich gucke mal auf den... Oh, da wird schon geschuffelt. Ich springe mal rüber an den Tisch und dann können wir nämlich direkt loslegen mit Magic. Ich weiß noch nicht genau, wer spielt. Die Namen und Decks stimmen also noch nicht. So. Dann lasst uns mal schauen, was ist denn das? Also wir haben, ich glaube, den Lukas mit Steifelnort. Das weiß ich. So, dann gucken wir mal. Runde 1 ist nämlich gepaert. Ich muss mich kurz durchklicken, gegen wen er denn spielt. der Lukas, 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 Lukas. Ei, 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 ei. Alles klar. Lukas spielt gegen Sebastian. Okay. Dann trage ich euch das mal ein. Ich starte auch schon mal den Runden-Timer. Gut. Wir haben, ich glaube, links den Sebastian. Und da haben wir den Lukas. Und die Decklisten kommen jetzt auch. Ich sollte beide haben. So, da haben wir eins. Und die zweite, oh nein, das ist Breakfast. Das ist Cephalid Breakfast auf der linken Seite. So, jetzt sollten wir hier Fahrt haben, oder? Ja, wie gesagt, Kamerabild. Ich versuche mal noch ein bisschen an der Helligkeit zu tunen. Gebt mir einen Moment. Gucken, ob wir da noch was hinkriegen. jetzt, wo das, dann wird erst mal gedazed. Okay, Schuko will man schon mal nicht sehen. Das kann ich nachvollziehen. Äh, Combo-Peace. Filters, Clear Correction. So. Ein bisschen dunkler ist, glaube ich, besser, ne? Was sagt denn? Brightness. Ja, 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 ja. Wir tunen, wir tunen, wir tunen. Da wird man gebrainstormt. Wir probieren es mal so. Äh, so sollte man es halbwegs erkennen können. So, ich gucke da mal, dass der Video-Stream da... Ja, 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 das muss jetzt... So muss laufen, Freunde, so muss laufen. Okay. Brainstorm resolved. Auf geht's jetzt ins richtige Magic. Da kommt eine Saga ans Spiel, hübsch unterschrieben übrigens. Die Alerts passen auch. Mogo, danke für den Follow. Und dann schauen wir mal. Die Listen habt ihr da. Das, was da liegt, ist ein Nomads & Core. Das war ein... ein Schwerter. Das wollte man vermutlich nicht spielen, sondern man wollte die Tropical spielen. Beides lokale Spieler übrigens. Äh, die wissen also, gegen was sie spielen. Die kennen das Gegenüber. Mittwoch ist Legacy-Stammtisch in Ulm. Und da wird auch hierhin da geübt. Ja, Nardu will er auch nicht haben, der Lukas. Okay. Dann müssen die Nomads halt ihn verhauen gehen. So, jetzt hat er zwei relevante Pieces schon gehandelt. Allerdings gehen jetzt so langsam die Antworten aus und er selbst hat noch keinen Druck auf dem Board. Aber schauen wir mal, was da noch geht. Ich bin mir nicht sicher, was die zweite Force gepitcht hat. Ah, das erste Mal ein Days. Okay, wir haben ein Days und ein Geforst. So, jetzt haben wir es beisammen. Ich meine, Saga ist jetzt natürlich auch ein Pressure-Piece. Nichts, was Stifle-Nord jetzt Angst macht. Die eigenen Bieter sind üblicherweise größer. Na Kai, vielen Dank für den Follow. So, da haben wir den namensgebenden Cephaliden. Der Cephalid Illusionist. Cardboard läuft übrigens auch. Das heißt, wenn euch mal Karten fehlen, äh, Save. Könnt ihr mit Card, Cephalid Illusionist, die einfach in den Chat packen. Und natürlich sagt der Bot dann, Näh. Gott, so wie es sein muss. Ne Möbel, ein Alkommie-Bahn. Vielen Dank für den Follow. Ich hoffe, das sind alles echte Teilnehmende. Und hier sieht der Lukas, dass er nicht mehr rauskommt. Sonst muss ich die Alerts-Claim mal ein bisschen muten, wenn die hier eskalieren. Hm, die Kamera ist auch im Autofokus-Modus. Hervorragend. So, Sideboarding-Time. Was bringt denn Stifle-Nord rein? Wahrscheinlich mehr Combo-Protection, die Surgicals, um Sven 1 abgestellt, das alle rauszunehmen. Ähm. Ist das ein Back-to-Basics-Match-up? Äh, nicht so sicher. Okay. Ich sehe da den Containment-Priest, der nach oben kommt. Äh, Breakfast. Was braucht Breakfast an der Stelle? Serenity? Vielleicht? Ich glaube, so richtig viel muss Breakfast gar nicht reinholen, oder? Ich denke nicht. Ich denke, die können damit eigentlich ganz gut leben, wie das Match-up so generell läuft. Die haben einfach zu viele Pieces, die alle gehandelt werden müssen. Man will vielleicht nicht am Pressure sterben. So, ansonsten hoffe ich für euch ist alles okay. Wenn euch am Stream irgendwas auffällt, dann bitte gerne mir sagen, ich habe den auf dem Ohr, den Table-Chat aus Ulm. Ich sitze selbst nicht in Ulm, sondern wir streamen das hier rüber, dies, das, jenes. Dann kann ich nämlich übrigens auch mal eintragen, dass der Sebastian 1.0 führt. Danke für den Follow. Und dann geht es tatsächlich auf die 1000 Follower zu, hier bei MagicBlocks.de. Dass ich das auf meine alten Tage noch erleben muss, äh, darf. So, ich gucke noch mal kurz, wie viele sind jetzt am Schluss, glaube ich, die tatsächlich 20 Spieler, 10 Matches, alle gut am Laufen. Äh, Rundenheimers auch relativ synchron mit dem von mir, hervorragend. Das hier ist jetzt ein Matchup, was wohl nicht in den Anschlag der 50 Minuten gehen wird. Ähm, da gibt es so ein Eier-Times in den ersten Turns und dann ist, denke ich, einfach klar, äh, wer die Nummer gewonnen hat. Äh, neue Karte, die übrigens übrigens beim Sebastian sehen, ist Stepthrough auch. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist, dass dieses, äh, neue OTJ Cryptic Command, oder? Ich glaube schon, wäre natürlich cool, wenn der Cardboard funktionieren würde. Will er aber nicht. Na gut, dann will er nicht. Dann möchte er nicht mit mir reden. So, hier wird presented. Was wir diesmal übrigens nicht im Tuniam ist, Initiative sehe ich gerade. Ich habe auch 17 oder 20 Decklisten, also nochmal Shoutout raus an alle, die da in Ulm mitspielen, dass die ihre Decklisten immer vorab bei mir auch per E-Mail reinschicken, dass ich die aufbereiten kann. Hilft sehr. Hilft sehr. So, ich kann übrigens noch mal das Video-Feed ein Stückchen. ein Stückchen. Ja, wir versuchen, wie gesagt, wir versuchen von Mal zu Mal besser zu werden, mehr Optionen zu haben. Aber es ist ein Bleibt-Ein-Hobby-Projekt, aber ich hoffe, ihr habt Bock, am Sonntag ein bisschen Legacy zu schauen. Da wird das Mulligan angezeigt bei SFLit Breakfast bei Sebastian. Lukas ist mit seinen sieben wohl happy on the play. Ich recherchiere hier schon mal. Recherche, Recherche, Recherche. Yes. Läuft die Nummer. Okay, da wird gefetscht. Oh, ich glaube, die Läben sind vertauscht. Das muss ich mal schnell swappen. Jetzt müssten die Läben richtig rum sein. Dem Prendeur ist nichts zu schwören. Ake, Dore, danke für den Follow. Ah, Decisions, Decisions, das ist ein bisschen. Stifellord will natürlich einen Pressure auf dem Board haben, aber muss natürlich auch immer geschützt sein, wie Schakiri auch dir dann kann Follow. Das können wir fixieren, fixieren, so. Tundra und dann wird er zurückgepondert. Ein Ponder-Duell, warum nicht? Übrigens auch announced worden ist inzwischen das Eternal Weekend. Also wer hier ein Interesse an Lexi hat, der hat vielleicht auch Interesse am Nikolaus-Wochenende, wenn ich mich richtig den Sinne nach Prag zu fahren, zum Eternal Weekend. Organisiert von JK. Wieder in der gleichen Venue, wie früher die GPs waren, also nicht das Hotel vom letzten Jahr. Großes Event, letztes Jahr waren es ja glaube ich um die 1000 im Main Event für Legacy. Das ist schon eine Ansage. Da wird mal neu gefetscht. Mehr Basics. Das deutet für mich so ein bisschen darauf hin, dass da vielleicht ein Back-to-Basic reingekommen ist. Kann das sein? Zumindest mal es ist Pisches. Der Trull. Keine Trigger für reinkommende Viechers. Das ist so eine Art Thread. Das ist ein richtiger Thread. So, wenn wir jeden mal graben mit dem Brandstorm welche Antwort wir denn gerne dafür hätten. Video geht danach auch wieder auf YouTube, also wenn ihr Bock habt, schaut gerne auch da rein. Da wird gehauen. Ja, passt. Leben von beiden Spielern zählen runter. Das freut mich schon mal, dass die Technik da mitspielt. Retro Frame Ponder kann ich akzepten. So, jetzt ist Pressure gegeben. Das ist, denke ich, klar. Mein Breakfast ist ein Combo-Deck. Das will wir mit dem Combo-Finish gewinnen. Da ist ein Null-Drifter auf der Hand. das ist ein Null-Drifter auf der Hand. Das ist ein Null-Drifter auf der Hand. Das ist ein Null-Drifter auf der Hand. Pläne Pläne zwei Inseln. Das sollte reichen. Ansonsten ist Breakfast natürlich schon eher ein Non-Basic-Deck. Ich spiele übrigens keinen Forest. Also ein Back-to-Basic stellt NADU zum Beispiel ab. NADU kann dann nicht mehr Resolven. Ich glaube, es gibt keine andere Mana-Quelle. Doch ein Lotus-Pedal. Okay. Also fast ab. Nicht ganz. Also viel Kartenqualität wird hier ausgetauscht. Ja. Okay. Tech für 13. Meinen Sie es nicht lieflich? Dann kommt der Null-Drifter. Dann werden Karten gezogen. Weil das ein Cast-Trigger ist. Wird nicht geopfert, weil da so ein Trull liegt. Dann wird er einmal Surveiled. Surveilander ja einfach eine richtig gute Ergänzung für viele Formate. Richtig gutes Design. Okay. Ja, ich glaube, jetzt wo das Board sozusagen lethal ist, braucht man nicht zwingend den zweiten Stifle-Node. Den zweiten... Ruhrems-Chant, okay. Da will man wohl protecten. Heißgal. Schön, dass du reinschaust. Das ist ja verdächtig, wenn jetzt das Chant kommt und nicht nicht um den Attack zu verhindern oder sowas. Rot hat er gar nicht. Also er kann sowieso nur so casten. Ja, aber wenn man eine Interaktion hat, dann doch jetzt, würde ich sagen. Wann denn sonst? Surgical targetet den Brainstorm im Friedhof. Zwei Leben sind gezahlt. Genau, Land wurde gespielt. Das war das Tropical. Bin gespannt auf die Hand von Sebastian. So, da geht ein Brainstorm raus, die anderen auch aus dem Deck. Ah, da ist noch einer, okay. Das andere ist das Wizard-Cycling. Ah, nicht, Step-Foo ist das Wizard-Cycling-Ding. Ah je, ist das so ein Retro-Border Non-Plans-Walker Teferi? Jetzt sehe ich es erst. Ich habe gerade überlegt, was ist denn diese Gold-Border Retro-Frame-Karte? Das soll ein Teferi sein. Entschuldigung, das habe ich nicht erkannt. Also, wir haben den Illusionist, das Step-Through und einen Teferi. Dann wird mal durchgemüllt. Dann haben wir die Möbel. Goodbye, Therapy. Angesagt ist Ferry-Makabo. Die Nadus waren also natürlich noch drin. Noch eine Möbel. Okay, und jetzt hat man bemerkt, da liegt ja ein Froll. Das hat ja nicht so gut funktioniert, wie man es gern gehabt hätte. Also, 1-1. Legacy, schwieriges Format. Also, no worries, wenn Fehler mal passieren, das gilt übrigens für Gesamt-Magic, selbst die besten Spieler und Spielerinnen machen Fehler. Nicht so häufig wie Anfänger vielleicht oder nicht so geübte Spiele, aber lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, wenn mal ein Play schief geht. Man lernt es draus und macht es dann hoffentlich nicht nochmal falsch. So, jetzt schauen wir mal, ob es nochmal umgebordet wird. Dann Sebastian scheinbar nicht. Lukas scheint nochmal im Tank zu sein. Ich kann mal währenddessen gucken, wie die Runde so voranschreitet. Wir haben die ersten Ergebnisse. Das Eldrasi Agro-Deck hat gewonnen. Sehe ich hier, 2-0. der Warko, danke für den Follow. Wir haben übrigens auch schon überlegt, ob wir vielleicht mal andere Events aus den Waschbären übertragen. Also, wenn ihr Interesse an anderen Formaten habt, gerne mal im Chat da lassen. oder ob ihr Legacy Abschessinados seid, die ja nichts anderen Interesse haben. Ich denke, ein Limited Event macht dann eher wenig Sinn, aber ein Standard, ein Modern Event, wäre alles machbar. Rein technisch. Events finden statt und wir haben Technik. Ich werde im nächsten Mal schauen, dass wir vielleicht mit ein paar Einnahmen, die hoffentlich so über die Zeit reinkommen, auch mal eine bessere Kamera vielleicht nochmal upgraden können. Eine, die dauerhaft im Waschbären ist. Das wäre doch mal was. Besser geht immer. Mallegen bei Lukas, nicht bei Sebastian. Sebastian kiebt seine 7. Gucken wir mal, ob das besser ist. Klingt nach einem Keep beim Lukas. Die eine Karte geht weg und dann schauen wir mal. Wir starten mit einer Tundra, einem Ponder oder sowas. Das ist eine der wahrscheinlichsten Lines, um das Spiel zu starten. Da war ein Dread Return dabei, glaube ich. Oh, da ist Kabel Therapy was. Aber, lieber Shufflen. Wir nehmen die Random Karte von oben. Jo, wer Bock auf Limited hat, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Gerade alle, die zum ersten Mal vielleicht dabei sind. Gab ja ein paar Follows. Schaut gerne auch da mal vorbei. Ja, ist momentan ein Draft Video online, aber auch da kommen andere Content Pieces. So, jetzt gucken wir mal die Kamera. Video Feed. Was hat er denn? Aha, er möchte schlechter werden der Video Feed. Ne, mach mal hoch. Dreh mal hoch. Ich habe mal wieder auf 1080p hochgedreht. Ich hoffe, er erholt sich auch. Ja, sieht besser aus. Basic in der House. Und beim Sebastian ist das Paddle dazugekommen. Graff Digga's Cage. Auch der kommt übrigens entweder Whiteboarded oder im Future-Side-Rahmen in Mystery Booster 2. Ist schon aufgetaucht auf der Gen Con. Einmal die Saga. Oha. Piece 1. Ich sehe einen Containment Priest auf der Hand und einen Troll. Also Actions sind gegeben, auch wenn man hier einfach passt. Jo, einmal prüfen das stellt die möben ab das war ein dressdown von oben glaube ich also wasteland target saga dann wird noch mal gebrainstormt fettstein ist ja da das heißt man kann den clean brainstorm machen ja der schaum der wenig farbigen next die bekommen hat auch wastelands unter so schauen wir mal das ist da natürlich ein wichtiges piece jetzt noch einen drape note findet wie gesagt die beiden spieler kennen sich insofern dann wissen die was hier passieren sollte und was nicht dann wird gefetscht dann sollten wir auf 19 gehen passiert sie ja gleich noch beim sebastian danke euch auf jeden fall allen fürs reinschauen am sonntagmittag mal eben 20 zuschauer und zuschauerinnen vielen vielen dank ich werde mein bestes tun euch legacy hier zu bringen bin selbst ich mag legacy sehr ich spiele es auch gerne autofokus bitte autofokus bitte das kann ich von jetzt hier halt ja gar nicht steuern hm 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 so eine liste wird mir danach liebe noch eine mehrvorkliste moment na ja da ist wieder ich musste gar nichts machen wir haben ansonsten nicht so richtig viel verpasst das petal wurde gecrackt das construct ist tatsächlich überschaubar also die angst sollte sich da an grenzen halten ok birne mehrfolge wurden mir noch nachgeliefert das haben sogar zwei mehrfolglisten im raum die natürlich von der flair profitieren endstep wird getrollt mehr wastelands ich glaube die tundra ist das ziel oder grün ist die seltenere farbe wie ich hier versucht gewesen die weiße quelle abzustellen ich bin gespannt der text passieren ich glaube beim sebastian fehlten fetsch aber ich kann jetzt von hier aus nicht so gut eingreifen in den tisch nein ich komme jetzt bei der texte ich dachte der tag wäre schon passiert dress down draw a card macht den block kaputt also für so ein sommer event wirklich sehr gut also für so ein sommer event wirklich sehr gut das ist ein matchup wo man relativ sicher sein kann nicht um den ballmaster rundherum zu spielen zu müssen mit dem brainstorm auch stark übrigens so ring 27 zuschauende liebe draus vielen dank dass ihr bock habt hier zu sein und legacy zu schauen und zu hören auch das strong ihr werdet noch ein bisschen was zu sehen bekommen wir schauen dass wir euch in den frühen matches einfach ein bisschen abwechslung bringen und später dann die top tables also wie es bei einem richtigen turnier auch laufen würde beets uuuhh fetsch steifeln das fetsch holt jetzt wenn es nicht anders gebraucht wird wahrscheinlich das archive das surveilland target ist der illusionist wir haben zwei kopien von flusser storm alles target das surgical da ist die pflaster storm aus dem sideboard reingekommen da ist die pflaster storm aus dem sideboard reingekommen das ist übrigens glaube ich die pflaster storm buy a box promo zum modern horizons 3 wenn ich mich nicht ganz täusche im retro frame bekommt ihr natürlich in eurem lgs wie zum beispiel zum beispiel eine 0 die pflaster storm aus dem sideboard reingekommen tja was haben wir drauf gelassen ich glaube du weißt was oben drauf liegt lukas oder gefetscht so 15 minuten das sollte komfortabel ausreichen ich guck mal wie die anderen tische so zugange sind 50 50 5 matches sind durch fünf laufen noch gewonnen hat zum beispiel moon goblins hat zum beispiel gewonnen steht also 1 0 ist heute zweimal im event weiter angreifen der nord ist noch auf dem stack der dreadnord in response wird der troll abgestellt was eher unangenehm ist ich habe vorhin noch gemeint vielleicht sollte man die weiße quelle mal targeten ich glaube das grün ist sekundärer für das deck ei 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 das war gerade ein bisschen unangenehm dieser exchange das macht die glock langsamer brazen borrowers noch auf der hand das heißt wir können uns noch mal gegen irgendwas was uns nervt eine runde wehren und haben dann potenziell noch einen neuen bieter beziehungsweise vielleicht auch nicht wie ist denn der containment priest gewordert nur der card boot funktionieren würde ei 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 aber der will nicht na gut ich schau mal schnell Containment priest. Okay, passt. Also wir können den Brazen Borrow trotzdem aus dem Adventure casten, weil wir ihn ja casten. Das ist kein Problem. Noch ein Illusionist. Ja, wenn wir von dir natürlich mehr auf der Hand haben, dann verstehe ich auch, warum man da vorhin darum gekämpft hat, dass die nicht geexilt werden. Das wäre sonst so ein Zwei-Vereinstausch gewesen, den man natürlich nicht möchte. Da kommt das Surveilland. Sieht ein bisschen grünlich aus, ist aber natürlich das Blau-Weiße. Meticulous Archive. Das One-Off sieht man ja im Gefühl jedem Deck inzwischen. Also jetzt nicht unbedingt dieses Archive, aber von den Surveilländern gibt es wenig Decks, die nicht mal eins spielen, weil es einfach so viele Slots gibt, wo man es dann doch mal fetchen kann. Bleibt oben. Das ist ein Two-Turn-Clock. Ja, nicht ganz. Da liegt ein Blocker, den habe ich hier ein bisschen übersehen. Wir haben einen Dress-Down gezogen. Das Cycle zumindestens mal. Möbe. Passenderweise den 1-1-Blocker zu diesem 3-1-Angreifer da in der Luft. Will man das jetzt zeigen? Ich glaube fast nicht. Oh, Brainstorm. Gute Karte. Zumal wir noch mal Fetchland, glaube ich, auf der Hand haben. Das ist die beste Island, aber Mismatching Islands. Oh, da ist ein St. Catharine. St. Catharine tut weh. Ein Triumph of St. Catharine. Miracle-Karte. Würde mich fast schon wundern, wenn die jetzt nicht irgendwie nach oben schwimmt. Pondor noch hinterher, um eine Karte extra zu sehen. Jo, das ist mal was. Try einfach mit Capri, einen Trull und einen Dreadnought. Ich glaube, die Reihenfolge diktiert sich da relativ von alleine. Ich glaube, man spielt Trull, dann hat man den Play, End of Turn. Ah, das ist gar kein Fetchland. Das ist eine Tundra, glaube ich. Nächste Runde kann man St. Catharine von oben spielen und zieht die Runde drauf. Dann den nächsten Fred, also ich glaube, man ist jetzt einfach Diagro. Who's Diagro? Lukas ist Diagro. Kommt jetzt gleich wieder zwei Freds dazu. Die müssen alle gehandelt werden. Oh, das ist eine magische Karte, habe ich gehört. Hat er noch ein Target, ein Soulguide Lantern. Deswegen hat man wahrscheinlich auch drauf geschaut. Uh, Schuko. Da liegt immer noch ein Grafter's Cage, ne? Nicht vergessen. Ein Nailbiter gleich in Runde 1. Ja, ein Wunder. Der Lukas sagt an, es gibt ein Wunder. Seid mal ehrlich, so richtig wunderlich ist es nicht. Da wurde End of Turn nicht mal der Trill gespielt. Ah, jetzt wird die Luft schon ziemlich dünn. Das Stressdown ist jetzt relativ klatsch, wenn es nicht beantwortet werden kann. Ich denke, auch den Brainstorm kann man da ruhig was mal resolven lassen. Ein Pflasterstorm ist schon raus, haben wir gesehen. Ich sehe gerade leider die letzte Sideboard gerade nicht, die blaue. Könnte also nochmal ein Permission Spell sein. GG's. Lukas gewinnt 2 zu 1. Und dann würde ich sagen, wir springen mal wieder zu mir. So, Runde 1. Fast in den Büchern. Mal sehen, was da noch so reported wird. Ups, ich will nichts reporten. Wir haben noch 6 Minuten in der Runde. Da lohnt es jetzt nicht, irgendwie noch einen Talk über die Mystery Booster anzufangen. Ich denke, da fehlen auch einfach ein paar Ergebnisse, die noch eingetragen werden. Ich sehe da die Lens-Listen spielen beide noch. Wir haben 2 Lens am Start. Das kann in Ulm durchaus mal mehr sein. Lens, eine nicht ganz unbeliebte Strategie. Aber ansonsten eine sehr schöne Verteilung. Bei so 20 Teilnehmenden könnte man tatsächlich auch mal überlegen, vielleicht mal sogar auch so einen Metagame Breakdown zu machen. Ansonsten die Ergebnisse, die Top 8 Listen, werdet ihr hinterher wieder bei mtgtop8.com finden. Da laden wir es hoch. Das macht der Olli dann. Da könnt ihr euch also drauf freuen. Ist auch schon für die letzten Events passiert. Also wer sehen möchte, was so gespielt wurde, immer da reinschauen. Grundsätzlich habe ich, wie gesagt, die Listen hier auch eingeblendet. Ich habe, wie gesagt, auch noch andere Listen. Falls euch eine Liste, na gut, wenn ihr sie seht, dann werdet ihr üblichweise auch die Deckliste sehen. Genau, da wird reported. Es geht voran. Der Chef höchstpersönlich spielt, glaube ich, nicht mit. Ja. Philipp Krieger hat eine Deckliste reported, spielt aber jetzt, glaube ich, nicht mit. Wahrscheinlich, damit es eine gerade Anzahl wird. Das heißt, potenziell wären es sogar 21 Teilnehmer gewesen. Aber Philipp mit dem Hero-Move lieber sich um die Bar kümmern und gerade Anzahl haben. Mehr Vogue hat gewonnen, sehe ich. 2 zu 0. Drei Ergebnisse stellen heraus, die wir jetzt relativ schnell eintrudeln. Video Bitrate jetzt auch zuverlässig. You love to see it. Ich muss ja gerade mal schnell meine Tabs ein bisschen sortieren. Ich bin ehrlich, für so ein Turnier-Coverage wäre ein dritter Screen auf einmal doch hilfreich. So, Feature Table hat sich geleert. Eine Landsliste, die beiden Landslisten spielen noch. Und Sultai Value gegen Dimir Fings spielt noch. Also eine abgewandelte Dimir Shadow-Liste, die so ein bisschen mehr von Shadow wegwandert. Und Dimir spielt, die spielen auch noch. Ich glaube, da sollte die Sultai Value-Liste nicht so schlecht aufgestellt sein dagegen. Bin gespannt. Ansonsten gerne mal in den Chat, welche Decks ihr denn so spielt im Legacy. Legacy ist ja ein breites Format. Ich überlege gerade, welchen Archetyp, deren Legacy vertreten ist, wir gerade nicht sehen. Burn ist noch dazugekommen, habe ich hier nicht auf meiner Liste. Beans haben wir eine Liste nur. Beans Domain. Das ist fast schon ungewöhnlich. Gibt es hier noch irgendwelche wacky Combo-Decks, die wir jetzt auch nicht auf der Liste haben. Night Raider, danke für den Follow. Wir haben kein klassisches Mirakel. Das haben wir nicht. Wie gesagt, so eine Triumph of St. Catherine, die hüpft ja gerne mal in das eine oder andere Deck, wo es gecastet werden kann. Dafür ist der Bieter einfach zu solide. Ich habe hier eine Mavericks, Cradle Control. Da ist schon viel dabei, was man so im Legacy-Format sieht. Gucken wir gerade, was der Goldfisch so sagt. Ein Format, einen beliebten Decks. Decks. Popular Decks. Legacy. Ja, stimmt. So eine richtige... Die Dimir spielen schon so eine Art Delver-Game. Painter haben wir keins dabei. Painter haben wir keins. Kein Doomsday. Wo ist der Freakler, wenn man ihn mal braucht? Das sind so Decks, die heute nicht vertreten sind. Aber ich glaube, alles gut. Wir werden heute noch das eine oder andere sehen. Ich habe mit dem Lukas gesprochen, der ja dankenswerterweise die Technik vor Ort heute übernimmt. Der schaut, dass wir in den ersten Runden jetzt ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das heißt, ich hoffe, wir kriegen jetzt noch ein Matchup mit Decks, die wir nicht gesehen haben. Chancen sind ja recht hoch. Und dann werden wir so Richtung Top-Tables schwenken. So Eldrasi wäre da auch mal was, oder? Habt ihr Bock auf Eldrasi? Ich könnte mal nachhaken, dass wir in der nächsten Runde Eldrasi sehen. Wäre ja gar nicht so bad, jetzt wo das neu ist. Ich frage mal nach. Warum denn nicht? Ja, beziehungsweise, weil das mal wie gepaert wird. Ich möchte auch nicht zu viel eingreifen. Es gibt sicher den einen oder anderen, der jetzt nicht unbedingt Feature-Match machen möchte. Müsst ihr übrigens nicht. Also keine Sorge, wenn ihr nach Ulm kommt und mitspielt. Wir werden niemanden von euch zwingen, an den Feature-Tisch zu hocken. Ihr könnt gerne auch in aller Ruhe an den anderen Tischen spielen. So, das ist Time in the Round. Das wird sicher auch angesagt. Ich vermute, dass ein, zwei Ergebnisse einfach nur nicht eingetragen sind. Drei Matches noch offen. Die Lance-Matches könnte ich mir vorstellen, dass sie langwierig sind. Wobei das beides erfahrene Lance-Spieler sind. Also, ich kann mir nicht vorstellen, als es dann an der, an dem spielerischen Vermögen scheitert. Und ich gönne mir mal einen Schluck aus dem Becher. Remember, stay hydrated. Gerade bei der Hitze. Wobei heute, heute hat es, glaube ich, nur so knapp 25 Grad. Also, angenehm, angenehm. Fünf extra Turns kann also nicht mehr so lange dauern. Ich habe den Feature-Tisch auf dem Screen. Das heißt, ich sehe, wenn da was passiert. Klick mich dann durch den Event-Link heißt es, die Organisationssoftware für Turniere von Wotzi. Und dann schauen wir mal, was wir angeboten kriegen. Das Ganze kommt, ich denke, morgen, vielleicht schon heute Abend auf YouTube, der Event-Stream hier. Ich werde es direkt aus Twitch rüberladen. Allerdings ein paar Cuts machen. Ich werde die Pausen rausschneiden, die hier und da entstehen. Insbesondere dann, wenn wirklich mal eine 5-Minuten-Pause ist, eine Runde etwas länger geht. Ich werde den Countdown vorne wegschneiden, damit es auf YouTube etwas straffer ist und euch Timestamps zu den Matches setzen, inklusive Match-Ups. Das heißt, ihr könnt dann genau sehen, wenn euch was interessiert, könnt ihr hinspringen und könnt es euch reinziehen. Ansonsten haben wir uns übrigens auch beworben für Magic Online, ein Creator-Programm. Insbesondere natürlich über den Sebastian, den Freakler. Wir hoffen, wir kommen diesmal rein. Das würde übrigens für euch heißen, es gibt auf Magic Blogs eh noch mehr Legacy-Content. Denn dann wird auch viele Decks werden dann ausgetestet werden von Sebastian. Wahrscheinlich ein wenig rot, wenige rot-aggressive, aber viele andere Decks. Dann bekommt man ja den passenden Account gestellt und Sebastian ist sowieso so ein Affichinado für Magic Online. Da wird also viel kommen. Ansonsten läuft ja ab nächste Woche wieder die Vintage Cube Live-Series. Das hat jetzt, glaube ich, ausgesetzt. Der Vintage Cube wird, glaube ich, auch geupdatet. Und ihr könnt euch immer noch qualifizieren, um nach Vegas zu kommen. Gut. Also da wird verbissen gekämpft in Runde 1. Alle drei Matches sind noch offen. Immerhin fünf Runden. Also holt euch was zu trinken, macht es euch bequem, haut es auf den Fernseher oder welchen Screen auch immer. Adorno gerne. Wir tun unser Bestes. Wir wollen ja auch die Liebe für Legacy ein bisschen verteilen. Die Location ist auch cool. also und alle Dots sind übrigens auch sehr nett. Also ihr müsst auch keine Sorge haben, wenn ihr da beim ersten Mal beim Legacy auftaucht, dass ihr da überfahren werdet. Ansonsten Mittwoch ist Legacy Stammtisch. Also wer in Ulm sowieso in der Nähe ist, jeden Mittwoch ab so 17, 17, 18 Uhr rum gibt es nicht nur den Commander Night Dots, sondern auch den Legacy Stammtisch. Da sind typischerweise mindestens vier Tische Parallel am Legacy spielen. Da kann man auch mal seine Matchups üben, ein paar Interaktionen ausprobieren. Eigentlich nur empfehlen, bin ich auch immer wieder mal gerne da. Ich kann ja in Anführungszeichen meistens nicht mitspielen, weil ich eher hier sitze und das von hier aus kommentiere. Was auch okay ist, tatsächlich spiele ich sehr gerne Legacy, aber ich brauche es jetzt nicht im Turnierkontext. Mir macht es einfach auch so Spaß, da am Stammtisch mitzuspielen. Aber das hilft mir auch so ein paar Interaktionen auch zu schnappen, die ich dann hoffentlich im Stream auch wiedererkenne. Größere Experten gibt es da hundertprozentig. Ich weiß nicht, habt ihr denn Bock, dass mal ein Gast, ein Co-Host mit dabei ist? Wir kennen ja Leute, die kennen Leute. Also insofern jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir auch mal einen Co-Host dazu holen, der vielleicht ein bisschen mehr Einblick geben kann an manchen Stellen. Die erste Landsliste hat leider verloren. Wer sich übrigens fragt, warum der Freaklinik mitspielt, heute ist Zweitliga-Auftakt in Ulm. Ulm ist aufgestiegen letztes Jahr als Meister der dritten Liga und spielt jetzt wieder zweite Liga und heute gleich mal Heimspiel zum Saisonauftakt gegen Kaiserslautern. Da ist der Freaklinik im Stadion. Die andere Landsliste hat gedraht, Nice. Tauk gewonnen hat der Stifelnord. Lukas hat gewonnen, 2 zu 1. Das heißt, wir haben noch ein Match offen, das ist Dimir gegen Sultai. Wundert mich fast ein bisschen, dass das ins Detail geht. Wobei das auch so Value Piles sind, wo die Frösche sich angucken und ihr wisst, wie es ist. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden auch noch Frösche sehen. Es gibt so ein paar an den Tischen. Frosch ja sehr neue, sehr beliebte. Legacy Edition. Dann kann ich ja schon mal allerdings Sultai hat 2.1 gegen Dimir gewonnen. Das heißt, wir sind da durch. Ich kann mal den Runden-Timer schon resetten und so ein paar Dinge eintragen. Neue Runde ist gepaert. Wir schauen mal, wer kommt. Runde 2.0 zu 0. Gleich geht es weiter mit Gameplay. Actual Gameplay. Alles klar. Diese Wendlingsseite ist leider so okayisch bis Medium, um es mal so zu formulieren. Ich hätte die gerne ein bisschen angenehmer. Krieg's nicht. Muss ich nehmen, was es gibt. Ich denke, es macht jetzt auch noch wenig Sinn, auf die Standings zu schauen. Später kann ich auch die Standings einblenden und werde es auch machen. Also wie mehr Gäste. Ist das denn schon wirklich gepaert oder habe ich euch angelogen? Es ist gepaert. Das wollte mir nur die Software nicht zeigen. So, was haben wir denn? Dumm, 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 dumm. Wir haben keinen Lens mehr. Der Lukas spielt jetzt gegen Moon Goblins. Also gegen so eine aggressive Moons-basierte Liste. Ich glaube, das ist wieder der Lukas. Ich spring mal rüber an den Tisch, damit ich höre, was der Table Talk ist. Wir gehen mal rüber. So, ich versuche für euch mal zu ermitteln, wer da spielt. Okay, ich weiß, wer spielt. Wir kriegen Sultais. Wir kriegen Sultai Value auf der rechten Seite. Olli steht 1,0 und gegenüber sitzt Tobi. So, dann packe ich noch die Listen in. Ah, beziehungsweise gerade die eine habe ich nämlich glaube ich nicht. Ha! Rechts Properties. Da wird Sultai Value gespielt. Ich habe mir sagen lassen, die Liste heißt eigentlich Shrimpshack und ist vom Sultai Discord. Also Insiderwissen. Das ist also so eine neue, leicht angewandte Liste. Ihr seht es da. Und ich gucke mal parallel. ob die vom Tobi vielleicht nach reinkam die Liste oder ob es exakt diese eine Liste der 20 ist, die ich nicht habe. Das heißt, wir müssen uns überraschen lassen, was gespielt wird. Video Bitteschön, Kamera. Kein Grund für schlechte Laune, bloß weil ich die Liste nicht habe. Aha. Ne, wir wollen es nicht auf 320x180 haben, das Videobild. Runde läuft, das heißt, wir können mal den Timer starten, das heißt, wir können mal den Timer starten. Und wenn jetzt bitteschön noch die Videokamera wieder auf 1080p hoch springt, ah ja, sie erholt sich gerade ein bisschen. Ah, wir sind schon bei 12.8, äh, 27p. Gislo, weißt du, was der Tobi spielt? Das würde dem Chat hier helfen. Äh, die Sulta-Liste ist vom Shadow Discord, genau. Hallo. Ups, äh, ich muss mal ... So. Ich weiß links nicht, was gespielt wird. Ich muss mich genauso überraschen lassen. Okay, man hat gerade festgestellt, dass man auf dem Laptop vielleicht das Videobild sieht und gerade abgedeckt. Danke, Oli. Okay, ich sehe schon, Tobi hat seinen Fanclub dabei. Wir haben vorhin auch gesagt, es gibt keinen Painter. Dann ist ein Tamio überhaupt nicht. Ein Blast, das, äh, könnte tatsächlich Painterig sein. Ich habe nur leider keine Painterliste zur Hand. Irgendeine generische Liste. Wobei, ich kann irgendeine generische Painterliste mal einblenden. Das hilft euch ja vermutlich mehr. Tobi bringt ja gleich seinen ganzen Fanclub mit. 40 Leute. Ich lieb's. Ich lieb's, dass ihr alle reinschaut. So, ich nehme mal eine generische Painterliste, sage ich jetzt einfach mal. Ich klicke auf Painter und nehme die erste, die da ist. Blende die ein. Ja, ich weiß nicht, ob es exakt das gleiche ist, ne? Don't hate me on this. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt auch nicht der Painter-Experte. Also wenn ich einen Quatsch erzähle, hebt ihr die Hand und korrigiert mich. Ja. Dann wird du gebrainstormt in Response. Oh, Oli, wir müssen uns über deine Brainstorm-Choices unterhalten. Äh, ich persönlich bin kein Fan davon, aber jeder wie er möchte, da ist ein Daze auf der Hand. Ein fataler Push. Von oben. Okay. Also auf Saga ist auch kein Bock. Zwei Wastelands sind durch. Mehr Painter. Ein Push ist auf der Hand. Äh, schwarze Manaquelle weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist ein Tropical. Fable. Tamiyo. Fable. Gute Karte. Fable. Gute Karte. Fable. Gute Karte. Also ist Tobi aus Schweden, höre ich das so richtig zwischen den Zeilen von euch. Tobi ist aus Schweden, weil er auf der Seite deutsch spricht. Okay, Cards in Hand, jetzt 2, kein Discard, man ist zufrieden mit der Hand. So, also man tradet Dinge, hat ein Uroh auf der Hand. Das ist ein Recruiter, Imperial Recruiter. Angoli, danke für den Verlog. Okay, da ist jetzt mal der Puschen. Danke für die Follows. Ja, der Puschen ist blau momentan. Der Puschen ist blau, das heißt man kann ihn blasten. Das ist blau, das ist blau. Das ist blau, das ist blau, das ist blau. Das ist blau, das ist blau. Das ist blau, das ist blau, das ist blau. Das war ein Goblin Engineer, ne? Ja, Goblin Engineer war es, habe ich übersehen. Das ist blau, das ist blau. Das ist blau, das ist blau, das ist blau. Das ist blau, das ist blau. Das ist blau. Das war's. Da ist blau. So, das ist blau. Das war's. Wir werden auf der anderen Seite auch keinen Frosch sehen. Was holt denn Painter rein? Hm. Ich meine, für Tobi sieht das aus wie eine Hat der Sultai gesehen? Er hat keinen grünen gesehen. Er hat die grüne Quelle gesehen. Hey, Matze, 20 Leute. Der Krieger hat als 21. glaube ich sich nicht eingetragen, damit es keine Beiß gibt. Also für so einen Sommer, so einen Tag, sehr angenehm, würde ich sagen. 20 Leute. Kann man machen. Tobi sagt gerade, dass er auch ein sehr schneller Sideboarder ist. Aber es liegen ja gut in der Zeit. Es gibt also kein Grund hier zu stressen. In aller Ruhe boarden. Trotzdem nicht übertreiben. Wir haben es beim letzten übertragenen Event gesehen, dass da so lange geboardet wurde. Dann waren es über fünf Minuten weg. Und dann wurde es am Ende knapp auf einmal mit dem dritten Partie. Da hat man sich beinahe selbst ein Bein gestellt. Aber ansonsten im Spiel sind beide ja zügig unterwegs. Sehe hier also kein Problem. Und ansonsten läuft noch keine Ergebnisse in den ersten zehn Minuten. Das ist doch schon mal gut. Alle kommen dazu, auch wirklich Magic zu spielen. Ich weiß nicht, ob es Boros Painter ist oder trade rotes Painter ist schwer zu sagen. Und dann wird ja auch häufiger, wie ich hier so sehe, mit Schwarz gespielt für den Chaos Defiler. Ich lasse euch die Liste mal drinnen. Wieder besseres Wissen. Tobikons tatsächlich wahrscheinlich einfach nicht wissen, dass wir die Listen vorab so einsammeln und es einfach zum Legacy gekommen sind. Insofern auch immer gut, neue Gäste da zu haben. Also Tobi wohl Urlaubsbesuch, so nach dem Motto und hat sich, äh, einfach mal im Waschbären reingesneakt. Immer gerne. Der Nightfox mit dem Abo. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Okay, Tobi hatte eine gute Hand, die allerdings irgendwas, wo genau eine Karte gefehlt hat. Er hat gerade gesagt, die Hand ist so gut, aber er muss sie trotzdem mal legen. 21 Monate. Vielen, vielen Dank Nightfox. Einen Frosch. Ich sehe einen Land, glaube ich. Also. Mal legen. Ah, Neverlook. Was seid ihr für ein Team? Schaut ihr drauf, die oberste Karte, oder schaut ihr nicht? Jo, gerne doch Nightfox. Immer gerne, wenn wir es irgendwie unterkriegen, heute mit dem Lukas als Kamerakollegen vor Ort. Aber ich glaube, auch da funktioniert es, glaube ich, gerade ganz okay. Ich habe immer noch Luft nach oben bei der Kamera. Mal schauen, was mir da so noch einfällt. Aber ich glaube, man kann es sich anschauen. Danke für den Follow. Okay. Also wir resolven unser Mullingans auf 6. Sehr entspannte Stimmung am Tisch, es wird auch ge-small-talked. Okay. The last minute Ponder, man wollte schon schier abgeben. Ach Gottchen. Der Oli sagt in seinem Alter, das ist so stressig. Der Arme Boer. By the way, hi to everyone from the shadow Discord. We are speaking English as well, so if you have any questions, hints, or other things, feel free to drop English messages in the chat. So, Lund. Das ist eine Laterne, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich würde sagen, das ist ein Soul Guide Lantern. Ja. Okay. 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 Ich so, dass ich hier vorne rausgehen kann. Okay. Okay. ist noch am Start. Hält man sich offen? Hält man sich offen? da kommt das gute surveiland hat man vorhin ja schon gibt einfach den ein oder anderen slot wo man super fetschen kann und ist natürlich jetzt die super interaktion mit days weil man hat jetzt nicht die riesen bauchschmerzen das land einfach hochzunehmen und noch mal zu sehr wählen bayou tamio vermute ich mal ja blood moon tut jetzt natürlich weh aber wir haben das days momentan noch offen wobei so ein spirit guide dann für das days natürlich dann ist ende gelände glaube ich oder so dann wollen wir den spirit nicht okay also friedtöfe sind mal raus aus der nummer hier das ist das one of life auf der hand von ollie ich glaube das will man diesen okay man braucht vermutlich die drei manner nächsten zug man hat eine force deswegen will man das dritte manner nicht verlieren westland des engine to so da ist noch auf jeden Fall der redraw mit der solide lente mehr painters ich glaube das ist die letzte handkarte von tobi oder friedtöfe leer da ist die force fragt mich nicht es könnte nochmal ein wasteland sein aber ich meine die pender können ja immer wieder kommen das macht wenig sinn solange der zur wälder da liegt frosche ist jetzt nicht mehr ganz so beeindruckend der kann nämlich keine evasion mehr kriegen aber dick kann er werden stirbt allerdings natürlich auch einfach an dem blast womit zu rechnen ist dass multiple blast aus dem deck springen ja das könnte in drei vier frosch werden die chance ist eher gering jetzt wo wir die handkarten kennen dass der ollie sie alle rein wirft kann natürlich nicht wissen und jetzt ist wohl ein fettschland welches auch immer ja 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 da ist ein pernicious deed aus dem sideboard ja dann forsen wir das wahrscheinlich und pitchen den frosch auf dem sideboard ja 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 기는 ja ja das ist glaube ich der der Rakdos-Kollege. Chaos Defiler. Wenn der reinkommt ... Okay, eins wird destroyed, das ist quasi ein Vindicate. Er kostet halt auch 5, ne? Und jetzt sind 5,4. Hearth wird aktiviert, Attack für 5. Kein Land. Ja, der Chaos Defiler bleibt gleich liegen, ne? Wenn wir Tamio geflippt kriegen, bleibt sie liegen, weil Deed keine Planeswalker kaputt macht. Wir haben in Ulm, glaube ich, nicht viel Painter-Action. Das heißt, das ist jetzt kein Match-Up, was der Olli tiefenentspannt intus hat. ... ... ... ... ... Immer diese Commander Karten, es geht gerade um den Chaos Defiler, Tobi erklärt es ihm nochmal. Es wird ein Target Pro gegenüber ausgewählt, da wir nur einen gegenüber haben. Passiert bei dem Random Zerstören natürlich immer genau dieses kaputt. Die Frage ist, ob man noch einen Zug bekommen. Die Frage ist, ob wir noch einen Zug bekommen. Aber gut, wir können auch ein kleines Deed zünden. Nicht vergessen, das Deed ist blau. Guck mal, was an den anderen Tischen so in Action los ist. Es gibt schon ein paar Ergebnisse, vier Tables sind schon durch. Ich meine, Tobi weiß, dass mein Deed ist on board. Hallo Video. Es hat sich bestimmt gleich wieder eingefangen. Da steht jemand auf der Leitung im Waschbären. Es wird sich gleich wieder einringen. Gebt ihm bitte einen Moment, tut mir leid. Ich kann gerade auch nicht gegensteuern. Da ist sie wieder. Meine Kontrolle. Ich denke, es wird auch gleich wieder auf 1080p hochspringen. Da ist der Nachteil, wenn man nicht lokal sitzt. Bei Geräuschtechnik und Regietechnik ist es hier natürlich gut. Die Technik noch durchs Internet zu scheuchen ist manchmal etwas lästig. Ah ja, da ist es doch wieder anschaulich. Das wird natürlich geforst. Pitchen wir was, hm? So, wir haben den Brazen. Dann ist es nicht kaputt. Jetzt haben wir ein Problem. Noch eine Tamio, nicht was man braucht. Auf 4. Wir kriegen noch einen Redraw mit dem Tamio Attack. Was ist das? Land? Patchland. Patchland reicht nicht. Wir können Tamio und Frosch legen, aber der Chaos Defiler kann nochmal zurückkommen. Wir können einen Blocker wegräumen. Wir haben nur einen Leaflet Attack bis jetzt, aber der Damage an sich reicht. Ja. Gerade wenn er gefetscht wird, ja. Ja. Olli sagt auch gerade, nur ein wenig Painter Action, um nicht zu sagen keine. Und deswegen hat er auch ein bisschen Übung gefehlt und er hat zum Beispiel nicht den zweiten Exchange vom Chaos Defiler gesehen. so ist das manchmal. So, dann springen wir doch mal rüber. So. 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 so war, sondern soll es direkt auch mit der dritten Runde weitergehen. Es sind noch zwei Matches offen. Ich habe irgendwo einen Be Right Back. Wir machen eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe die Chance genutzt, noch schnell eine Banane zu snacken und einen Kaffee zu holen. Ich hoffe ja auch. Eine Partie läuft noch. An dem Tisch, der runtergepaart worden ist, übrigens. Florian gegen Marc. Ich schaue mal, was das Matchup ist, was noch offen ist. Wir move'n keine Tische, also wenn die Matches mal laufen, dafür ist die Lage dann doch zu klein. Sultai Value haben wir da nochmal gegen, ich glaube, eines der anderen Listen, die ich nicht habe. Oder sie kamen so last minute, dass ich sie nicht mehr einpflegen konnte. Ich denke, da soll es jetzt aber auch nicht mehr so lang gehen. Timer in der Runde ist noch, lasst mich lügen. Zehn Minuten. Oh, wir haben doch gemoved. Okay, Entschuldigung, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Ich springe mal rüber. Ich bin völlig überrascht, weil jetzt kurz auch eine Pause. Ah, nein, man spielt, glaube ich, einfach nochmal eine Painter Runde. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, für Practice Reasons spielt man da nochmal Painter gegen Sultai Value. Wir können immer rüber springen, solange die Partie läuft besser als mein Gesicht. Das ist immer, würde ich sagen. So. Ah, der Olli hier mit dem Platz ausgenutzt. Diesmal liegt da ein Frosch, der nicht angreifen kann wahrscheinlich und eine Tamio. Eine Bobble. Wir spielen also eine Sideboarded Partie, weil Bobble ist nicht im Main Deck. Neun Minuten auf dem Runden, damit auch wie gesagt, das ist ein Vor-Fun-Match. Ich glaube, der Olli will einfach noch ein paar Raps gegen Painter abholen. Da wird ein Riverbloom Command zurückgeholt und ein Goblin Welder abgestellt. Das Land, was da liegt, ist die neue Arena, glaube ich, ne? Die man exerten kann und die dann Haste-Manner macht. Mehr Welder. Hm, Frosch zu groß. Kann halt nie sein. Ähm, was macht denn? Ich schau gerade, was wir machen. Das ist ja aus dem Sulterhaufen, die Bridge Handled. Das Deed aus dem Sideboard, klar. Aber ansonsten... Murder is Cut Main Deck. Da schau her. Jetzt muss ich mir kurz nochmal eine Tamio angucken, was die denn so drauf hat. So, ein Mana-Tamio auf der Rückseite. Okay, man kann nicht den Opponent ziehen lassen. Das wäre eine Möglichkeit, mit den Bowmastern den Opponent ziehen zu lassen. Man schaut sich an. Und Painter wartet einfach ab, bis man es dann casten kann und löst. Das geht nicht. Genau. Borbel kann man nicht neiforcen. Jetzt ist die Action natürlich aktiv beim Painter. Also wir haben jetzt auch noch kein Weiß gesehen. Wahrscheinlich ist die Painterliste eher Monorot, Schrägstrich. Halt mit dem die Pfeiler. Also wahrscheinlich ist es eher... Ich tausche es mal noch aus. Düm, 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 düm... Wahrscheinlich ist die Liste eher so hier, ne? Ja, wobei das ist jetzt eine mit Coldrun. Die haben wir jetzt auch nicht gesehen. Wie gesagt, wenn wir die Liste nicht haben, dann müssen wir so abstrahieren. Aber so in der Größenordnung sollten die ja ungefähr ausschauen. Das sind jetzt Listen von Magic Online. Grindstone und Friedhof. Das schade ja nicht, da schon mal einen zu haben. So, die Runde ist durch, höre ich gerade. Dann switche ich mal kurz auf die Facecam. So, wir gucken mal, was Runde 3 passiert. Gepairt ist sie. Schauen wir mal, was so an den 2-0-Tischen los ist. Der Tobi spielt natürlich an den 2-0-Tischen. Stifle Note steht auch 2-0. Das sind die beiden 2-0-Tische. Wir schauen mal, wer sich hinsetzt. Würde ich sagen. Sobald da ein bisschen Action an dem Tisch ist, springen wir rüber. Ich versuche auszulesen, wer es denn ist. Ich kann aber schon mal den Runden-Timer resetten. Also es geht nur, wenn die Quelle aktiv ist. Okay, okay, okay. So, dann die Runden-Info. Wir sind dann in Runde 3 und es steht dann zumindest mal noch 0-0. Heute übrigens fünf Runden. Wir haben 20 Players im Legacy-Mann-Flee. In zum Beispiel in den Ulm. Wer frisch dazukommen ist, schön, dass ihr reinschaut. An so einem Sonntagmittag ein bisschen Legacy. Wir wechseln gerade in die dritte Runde. Hier geht gleich los. Ich gucke mal an den Top-Tischen haben wir jeweils einen Spieler schon gesehen. Und jeweils eine nicht. Wer möchte gerne auch mal auf unserem YouTube vorbeischauen. Auch da gibt es natürlich Content. Ebenso wie dieses Turnier. Auch das wird dann rüber geschoben. Keine Sorge. Ich glaube, Tobi ist sitzen geblieben. Ich swap mal rüber. Das heißt, wenn Tobi da bleibt, dann spielt jetzt Tobi gegen Christian. Wir haben es, glaube ich, geschafft, dass ich genau die Listen nicht habe. Also gut. Lasst uns das beheben. Erstmal Spielernamen. Tobi bleibt, steht aber jetzt 2-0. Und das andere ist Christian auf 2-0. Ich gucke nochmal, aber ich habe die Liste. Das ist Timo Rhinos. Wir haben Painter gegen Timo Rhinos. Ich habe sie doch die Liste. So sieht das doch aus. Jetzt passt es auch. Ich starte mal die Runde noch. Genau. Die Runde läuft offiziell zwar noch nicht, aber da lassen wir uns jetzt nicht von aufhalten. Mulligan by Painter. Keep by Rhinos. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt hier noch nicht klar ist, gegen was man spielt. Wenn man nicht in der ersten Runde nebeneinander gesessen hat, hat man es vielleicht nicht mitbekommen. So, ich bin ehrlich zu euch. Das mit der Kamera. Das will ich angehen. Ich will es auch immer besser machen. So, Keep auf 6. Das ist zumindest mal angesagt. Da geht die Karte drunter. Das ist das Surveillant. Das Isid-Surveillant, was die Karte in dem Fall oben lässt. Also wie gesagt, rechts die tatsächliche Liste, links so eine abstrahierte Liste. Also nicht wundern, wenn die anders ausschauen. Das ist das neue Land, was man exerten kann. Spirit Guide. Ja, was passiert wohl, ne? Okay. Also Tobi wusste noch nicht, gegen was gespielt wird. Er hat noch gemeint, Thundering Force und Tiger, was ist das für ein Deck. Aber jetzt ist ihm, denke ich, klar. Ich guck mal, vielleicht hat der Tobi ja schon mal ein Deck, eine Liste auf auf MTG Top 8, aber ich glaube nicht. Nope. Das heißt, ich muss leider euch die Liste vom Tobi schuldig bleiben. So. Ich meine, es ist eine Clock. Wir wissen nicht genau, ob die Bridges Main Decks sind beim Tobi. Da möchte man gerne 10 Damage dealen. Okay. Das ist lethal on board behauptlich für nächste Runde. Ja, die Rhinos regeln schon, wenn nicht interagiert wird. Muss man fairerweise sagen. Das ist es. 1-0. Das war eine sehr schnelle Runde. Auch in die Sideboards. Es ist natürlich besser, wenn man weiß, gegen was man spielt. Ich fühle mich jetzt nicht so sicher, wie gut das Matchup ist. Wie viele Bobbels hat Tobi, ist da die Frage. Bobbel natürlich ganz okay. Ich glaube, Bobbel sagt, wenn kein Mana dafür bezahlt wurde. Ja. Also Bobbel stellt die Cascade Crushing Footfalls ab. Fairerweise kennen Timo Rhinos-Spieler das. Wissen also, dass man da mal ein Artefakt vielleicht abstellen muss. Haben Force of Vigor am Sideboard. Brazenboro, Maine. Bin gespannt. Ich erwarte jetzt ein etwas längeres Spiel. Einen größeren Eiertanz um die eigene Wincon rundherum. Tobi sagt gerade, es ist ein schwieriges Matchup. Bin gespannt. Tobi hat ein Keep, sagt selbst, er spielt nicht so oft gegen Timo Rhinos. Ich kann euch den Tabletalk immer so ein bisschen durchschieben. Beide Keepen. Brotherhoods end. Der Snapkey von Tobi hat mir schon fast sowas gesagt, wie da ist eine Bobbel auf der Starthand. Ein wenig überraschend forst das Rhinodeck. Ich habe auf jeden Fall ein Blast gesehen. Well done. Well done. Lauren Revealed wird gecycelt, holt wahrscheinlich das Surveillance, wenn man kein Play mehr hat. Ja, das ist das Simic Surveillance, Hedge Maze. Okay. Das als zweites spielen zu müssen. Ah, da ist noch ein Days auf der Hand. Habe ich das richtig gesehen? Ne, ist kein Days in der Liste. Es kann kein Days sein, was auch immer ich da sehe. Kleine Restunschärfen bei Decklisten bitte ich zu entschuldigen. Wir bauen da auf das entgegenkommende Mitspieler. Und die Listen vorab zu schicken. Das ist ein Feier an Eis, was da am Friedhof geht. Wir haben ein Crushing Footfalls auf der Hand. noch ein Land. Wahrscheinlich müsste man sich jetzt einmal ein Basics suchen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie verbreitet Moon Effekte aus Painter sind. Jetzt kommt Endurance. Ah, Shortless Action. Auch Christian spielt wohl nicht ganz so oft gegen. Okay. 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 Jawoll, die Wechselm Bobble schnell zurückholen. Die wurde unter den Friedhof getan. Das heißt, wir haben jetzt gleich einen Board und müssen dann nur noch die Bridge wegkriegen. Ähm. Man spielt nur drei Crushing Footfalls. Eins ist gerade gepitcht worden. Eins gespielt. Das heißt, es ist auch nur noch eins drin. So. Wenn wir jetzt noch irgendwann mal schaffen, anzugreifen, ist es eine Clock. Brazen Borrow ist eine Antwort übrigens. Brazen Borrow bounce die Bridge. Zumindest eine temporäre. Christian hat nur noch eine Handkarte. Wurde gerade nochmal geprüft. Ich glaube, Tobi hat schon noch einiges auf der Hand. Ich glaube, für die Rhinos zum Angreifen reicht es nicht die Hand vom Tobi, aber der Agent kann ich mir vorstellen. Der Engineer. Jetzt muss überlegen. Hätte man vorher schon überlegen können. Behaupte ich mal. Ah, wir haben mindestens zwei Bobbles im Deck übrigens. Chaos Defiler. Okay. Der soll wohl geswappt werden. Ja, Painter macht schon Dinge, ne? Dieser Onboard-Combit-Trick ist immer sehr nervig. Man weiß einfach, dass die Pfeiler kann kommen. Drei Karten in der Hand übrigens. Leben ist eine Ressource. Gibt ja keinen Grund, solche Actions zu machen. Klotys ist eine WinCon. Genau. Aber man hat gerade die Tech Klotys und Highbreacher gesehen. Wir machen jetzt mal mal ein paar Mal. Wir machen jetzt mal das und alles gut zu machen. Dann geht es nicht mit unseren zwei und zwei Minuten. So, und nun? Okay, Tobi sagt, wir räumen mal auf. Und die Rhinos einmal resetet. Paws und Lorien gehen raus. Hm. Wir müssen, glaube ich, schnell eine Antwort finden auf die Bridge, sonst haben wir wieder keinen Board mehr. Die dürfen noch angreifen, die Shortless Agents. Endurance wurde gefunden. Friedhof ist weg, das heißt, wir exchangen mal nicht mehr den Halbbreacher hin und her. Äh, den Chaos, die Pfeiler, sorry. Hm. Wir brauchen trotzdem noch die Road to Victory. Endurance. Endurance. Ich glaube, Tobi hat noch zwei Karten auf der Hand. Das heißt, Endurance darf auch nicht mitspielen oder angreifen. Okay. Tja, wenn der eine kaputt ist, darf der eine auch nix mehr machen. Hm. Doch noch zwei Handkarten. Hm. Hörs wird gecrewt. Ja, also langsam hat Painter, glaube ich, stabilisiert und kann dann vielleicht zurückkommen. Und aus. Fähig. das ist ein high breacher crazy red hi schön dass du reinschaust wir stehen in runde 3 beim 1 zu 0 für timorhinos force of vigor wäre ein ding und ist wahrscheinlich auch reingekommen durch die endurance ist immer glaube ich durch wir haben schon zwei gespielt und eine gepitcht hat man noch eine interaktion er sagt schon selbst er hat nichts mehr drin er hat nur drei footfalls diesen im friedhof da spielt es als kombi trick das riecht nach noch einem blast für den high breacher ich glaube ich überlege gerade ob überhaupt blasten muss in der stelle endurance ist die geblockte kreatur und sagt sich dann nö ich nehme einfach die 4 geof 4 endurance stirbt heißt allerdings auch die beiden rinos sind einzeln liefer back up waller ok vermutlich Fetch, haben wir noch, wir haben noch das Isit Surveillant. Force of Vigor von oben sollte wahrscheinlich reichen. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht reingekommen sind. Fetchland. Und man hat auch ein Boseiju, das ist auch noch ein Draw. Tja. Genau. Man sagt gerade auch, theoretisch muss man immer die Instance nehmen, deswegen Merc-Tiles und so was, aber er hat ja gerade das ganze Deck gesehen. Er weiß, dass keine Merc-Tiles in der Temo-Liste sind. Wir müssen noch ein Dacht hören. Das, was ist das, eine Braid? Die Karte muss ja leider schuldig bleiben, diese Promokarte da unten. Aber es ist doch keine Braid, oder? Man spielt ja keine Braid. Wäre jetzt gedacht, jetzt wird die Luft vermutlich dünn. Klotus wäre jetzt noch so ein Draw. Alsosomething cool, also dünn. Dann seht ihr das, ob irgendwie siekann in der Tempo rausgesetzt werden. Wir wollen ja슬 nur tot keine bridge mehr da können wir auf acht angreifen leider kommt die bridge wieder aber selbst jetzt ist auch klot ist zu langsam oh zwei fire and ice oh die frage ist jetzt in die rot oder blau auf dem stack okay die frage ist jetzt sind sie rot oder sind sie auch blau auf dem stack ich guck mal kurz ob ich das ruling sehe okay man hat darauf geeinigt dass sie rot sind also auf der hand sind natürlich beidfarbig ich versuche es gerade raus zu kriegen okay auf dem stack existiert nur die charakteristische hälfte die wir gespielt haben das heißt diese vier damage haben sie jetzt gerade gerissen und christian gewinnt 2 zu 0 ich bleibe mal noch kurz auf dem tisch und trage das mal ein damit es dann jeder auch gesehen hat das heißt christian geht auf 3 0 wenn man redet ihr bisschen über seit wann ja also auf der hand haben sie beide formen du kannst beide fahren pitchen crazy red das schon aber auf dem stack ist es nur dass die charakteristik die du hast genau man sagt doch gerade klotes eine frühe klotes ist eine möglichkeit in dem matchup einfach sich durch zu doch durch eine bridge durch zu mogeln ich guck mal wie es hier steht das ist jetzt erst die dritte partie die fertig ist ich würde sagen wir springen mal in den kleinen talk rüber moment so hallöchen dann gucken wir doch mal ein bisschen über mystery booster sind ja auf der gencon in indianapolis gestern gezeigt worden mystery booster 2 wir hatten ja schon mal mystery booster sogar zwei varianten einmal die convention edition das ist die mit den playtest karten die wir auch hier sehen zum beispiel dieser weißen playtest karten und es gibt eine store edition wo die playtest karten durch erfolge ein voll sheet glaube ich ersetzt wurden das mag ich sehr mystery booster carl's draft 1700 karten die edition je nachdem knapp 1700 weil so die print sheets funktionieren das wird jetzt denke ich wieder so sein hier david williams hat zum beispiel ein pack aufgemacht von elfina fröhlich wir sitzen fast alles reprints ich muss sagen fast alles denn ein paar karten die noch nicht im paper existiert haben werden auch gedruckt das sind karten die bis jetzt nur in arena existiert haben oder für andere spiele es gab mal ein dreamcast spiel da wurden karten dafür gedruckte die können darin auftauchen ich glaube die alten chandala karten haben alle so eine zufallskomponente dass die hier nicht auftauchen könnten aber ihr seht hier schon relativ gut was euch in der edition erwartet erst mal reprints und zwar nicht zu knapp das ist auch bisschen der appeal dieser edition für watsi ist es eigentlich schwer möglich eine edition mit 1700 karten durchzuschauen aber die print templates sind für die meisten dieser karten ja schon fertig weil es die karten schon gibt deswegen kein problem da schon irgendwelche print templates zu haben deswegen viele reprints aber es gibt neue frames also neue alte frames ihr seht hier zum beispiel giver of runes im future side frame die gibt es so noch nicht die karte jetzt dann schon und ich glaube die gibt es auch in foil diese future side framings und white bordert kommt zurück bin mir nicht sicher wer da die hand gehoben hat gesagt lasst mal white bordert zurückbringen gab es ja seit neunter 10. edition nicht mehr vielleicht ist es einfach schon so lange her das wort sie gesagt hat ja okay das ist jetzt schon boomer peel und viele die jetzt magic spielen kennen gar keine white bordert karten dann werfen wir denen das entgegen und sind wir ehrlich im zeitalter von secret layer ist so eine white border karte jetzt kein aufschreiben erwärten sind wir ehrlich ihr seht also hier reprints im white border ihr seht reprints im future side frame und neue playtest karten die sind in dieser edition drin auf der gencon wurden jetzt die ersten matches und drafts damit gespielt wie gesagt im leben haben wir noch nicht den kompletten spoiler bei 1700 karten aber man sieht schon so ein paar karten durchfliegen wir können ja mal hier durch den twitter durch die twitter suche durchgehen da sehen wir zum beispiel jimmy wong hat gepostet einen white border uro also wirklich der white border geht um den neuen legendenrahmen den es ja damals auch noch nicht gab als es white borders gab rundherum editions symbol das fragezeichen mag jetzt nicht jeder mal gucken was wir noch so haben hier wird ein pack aufgemacht lasst uns doch da auch mal reinschauen oder ihr seht es immer die normale editions symbol und unten dieses planeswalker symbol an der ecke das heißt man musste bloß diese neuen reprints quasi auf ein eigenes print sheet packen und von den resten nimmt man eigentlich das ganz normale print sheet und packt unten noch das planeswalker logo in die ecke ramana ruins heißen einige von den boostern schon in zirkulation ihr müsst also auch zum beispiel aufpassen wenn ihr bei card market karten verkauft ob unten links das planeswalker symbol an der ecke ist da gibt es sicher leute die liebe die korrekte variante hätten white border transcendent master aus rise of del drazi und snap judgment die playtest karten wie gesagt kann ich nicht so viel mit anfangen sind ja auch nicht legal es gibt aber auch tatsächlich meistens sind es eher so sketches aber in dem fall ist es ein dan frazier artwork ne also der ja viele mocks gezeichnet hat hier ist der mocks poison ihr könnten vier mal auslösen dann nicht mehr aber ja nicht so was ich jetzt brauche diese playtest karten teilweise muss man mal gucken welche karte dahinter ist es gibt zum beispiel eine playtest karte die heißt indicate für null mana zeige auf einen spieler und dahinter ist ein win die kate also hier gags wären schon eingebaut hier sieht man übrigens mal einen white border ponder von gavin wäre höchstpersönlich gezeigt und hier seht ihr auch sogar tolarian community college sagt hier ist jetzt nicht aber an der seite steht es okay take my boomer dollars also der professor ist ein fan und hier sehen wir die foil future side frame in dem fall ein command tower ich bin ehrlich das wird nicht günstig sein das ding am ende des tages auch wenn die edition gedraftet wird es wird jetzt nicht unendlich viel davon aufgemacht weil die edition einfach so groß ist das ist eine der neuen karten das ist eben jene aus diesem sega dreamcast exclusive game velucan dragon gab es in den letzten 23 jahren noch nicht in papierform jetzt schon brian david marshall hat auch noch ein booster wir fliegen mal durch dann gibt es ein bisschen was neues zu sehen banishing priest ein charm ja es ist halt wenn ihr es spielt ist es wie ein cardsdraft das ist übrigens sortiert es gibt von jeder farbe zwei karten das ist beim draft dann relevant weil ihr einfach wisst welche farbe rausgenommen wurde insbesondere beim ersten pick das ist viel leichter zu lesen als andere drafts als einfach gleich verteilt ist bis zu den rares beziehungsweise das ist der land schrägstrich mana dog slot dort die white walker flickering ward als white border variante cabal ritual im future side frame und die playtest karte no regrets verstehe das hier sieht ziemlich schäfig aus foil future side frame counterspell mit morcadian masks artwork schäfig würde ich mal sagen oder wie gesagt es ist schwer diese displays aufzureißen als einzelkartenhändler weil die spannbreite so groß ist und bis auf diese zwei neuen karten ist eigentlich nichts was wert so nach dem motto die ganzen uncommon common reprints die ganzen slots sind relativ wasteless was haben wir hier sind mir im spirit guide zum beispiel wowser de aspiration habe gesagt solche karten werdet ihr genug sehen bin jetzt nicht so der fan brauche ich nicht ich habe tatsächlich jemanden gesehen der ein sliver deck ich glaube covered go blue war es der tatsächlich drei sliver zusammen bekommen hat mal gucken was hier der retro also da ist der counter spell ok das ist wohl kein fake dann in dem fall also was ist hier der white bordert karte und cable coffers ja kann man mal machen also wie gesagt sie hauen schon reprints rein die future side karten sind ein bisschen schwierig zu erkennen mhm sensa ist die weining top first legacy heute irrelevant weil gebannt einfach aus tournament reasons das ist übrigens auch der grund warum nadu schon längst gebannt gehört im modern selbst wenn man sich vom power level her aus welchem grund auch immer nicht dazu entscheidet in der gleichen begründung wie top gebannt wurde hier gehört nadu schon lange gebannt schlechte tournament experience schlechtes tracking es gibt wenig grund das aktiv zu haben ich muss mal nebenbei noch gucken dass wir nicht die neue runde verpassen es sind noch sechs matches am laufen eine viertelstunde haben wir da noch soweit so gut das wird übrigens jetzt erstmal nur auf den nächsten conventions auftauchen ich befürchte nicht beim command fest in frankfurt in zwei wochen was schade ist weil dann würde ich da tatsächlich ein paar cast drafts ballern äh mystery booster drafts es wird in vegas sein bei der magic con es wird einen secret lair festival at home drop geben wo ihr die displays kaufen könnt hoffentlich nicht ganz so chaotisch wie die letzten secret lair drops für monty python wo einfach nach einer stunde alles ausverkauft war ich persönlich gehe davon aus dass auch noch irgendwann in den lgs so ein drop kommt also dass irgendwann die displays auch im lgs stehen werden dann würde ich erstmal so ein bisschen value abgreifen und dann ich denke anfang nächsten jahres kommen die mystery booster 2 vielleicht als store edition ohne die playtest karten auch dahin hier noch so ein paar neue karten walking ballista und ice fang kotel im white border also es gibt natürlich sehr gute hits nicht vergessen es gibt auch schöne missles hier zum beispiel haben wir gerade gesehen crashing footfalls im future side rahmen als vollvariante kommt also zurück hätte man gerade sehen können jimmy wong hat zum beispiel kenriff white border gespielt lane of the void ist zum beispiel ein reprint auch der wird ja im legacy schon mal reingeholt naja hier covered go blue hat sliver gespielt hat tatsächlich a conspiracy gibt es auch die übrigens ziemlich broken ist er hat tatsächlich auf drei sliver zu kriegen aus einer edition mit 1700 karten okay lucky also hier wird offensichtlich auch mal auf tweets reagiert bei gavin werhey white bordered karten eric klug hat seinerzeit das mal editiert in tamo golf als vollbild variante dark ritual zum beispiel im future side auch mit dem arcadian mass artwork also schon es gibt schon dinge ich mach mal schnell refresh auch wenn in amiland glaube ich gerade nacht ist uro hat mir schon ja die anderen hat mir jetzt eigentlich schon also schon kann man schon mal machen würde ich sagen wir wir rasen ja durch die editionen wir haben grad bloomboro seit einer woche die nächste edition ist das morgen im lasst mich lügen ende september im november kommt foundations dann so habe ich glaube ich auf dem schirm jetzt zwischendurch erstmal wie gesagt command fest in frankfurt in zwei wochen wir sind da von freitag bis sonntag wir sind bei ultimate guard zum beispiel im meet and beat da wird dann allerdings eine legacy variante gespielt namens treachery das ist so legacy mit bonus rollen es gibt nen leader es gibt guardians die den leader beschützen müssen es gibt assassins die dazu seine rolle die erfüllen muss und zusätzliche wincons dadurch hat ich persönlich werde noch plane chase mitnehmen und dort an dem tisch plane chase commander anbieten wir werden podcast aufnehmen frisch gemischt wer da übrigens bereichern will leute sagt doch was ja youtube schön und gut aber hier podcast frisch gemischt neue folge kam gestern raus und wir hatten einen gast wir hatten jan zu gast der hat seine master arbeiten psychologie geschrieben über die psychologie von magic archetypes der hat also eine umfrage gemacht mit durchaus einigem feedback und einfach mal untersucht wer spielt denn welchen archetyp und warum welcher persönlichkeitsmarker psychologische marker passt denn zu dieser deck auswahl ein paar sehr interessante dinge rausgekommen also hört auf jeden fall den podcast mal rein findet ihr überall wo es podcast gibt auch bei youtube inzwischen unbedingt mal reinhören da gibt es übrigens auch die frage wie viel wurde denn lifetime for magic ausgegeben und was ist die teuerste einzelkarte in die investiert wurde also grab da mal im hinterkopf was denn eure antwort wäre was habt ihr lifetime for magic ausgegeben und was ist eure teuerste einzelkarte ich habe es im podcast gesagt meine teuerste einzelkarte war vermutlich die judge promo ravages of war seinerzeit für den cube 200 euro 250 euro so Größenordnung ich habe zwar auch 10 duels im cube aber die sind alle gekauft worden bevor sie so teuer waren ich habe glaube ich für kein duel mehr als 200 euro bezahlt insofern das schiebe jetzt ja auch gesagt content creator haben ein bisschen anderen ansatz zu magic weil sie auch einfach mehr produkt einfach so sehen weil sie es zum beispiel im stream auch machen von sponsoren bekommen insofern kaufen wir nicht ganz so viel produkt und wir spielen dann zum beispiel der kai draftet ja auch dann jede woche wenn man viel draftet im store dann kauft man automatisch nicht mehr so viel produkt weil auch einiges beisammen kommt dann dadurch aber das ist denke ich nicht repräsentativ muss man ja fairerweise auch sagen die lands spieler sind immer noch am dördeln mal wieder die lands spieler gucken wir mal drei match ist noch offen wir haben noch elf minuten auf dem runden timer und dann nach der dritten runde würde ich sagen können wir uns auch mal die standings anschauen dann wird es vielleicht so langsam interessant wer wo steht ich glaube ich kann immer nur die runden standings anschauen wenn alle ergebnisse da sind gibt zwar wenig grund dafür aber so ist das die tiebreaker könnte man ja auch nach berechnen und die reihenfolge dann wieder ändern macht der event link nicht so was ich guck mal rum was ich hier noch so sehe Dreadnought steht 3-0 äh Stifelnought sorry also insofern werden wird jetzt ziemlich sicher der Christian mit Timo Rhinos gegen Stifelnought spielen das sind die einzigen 3-0 ja liegt an dem draw den wir da irgendwo schon eingebaut haben das heißt auch wir haben dann wahrscheinlich einen 4-0 der nicht drawen kann in der letzten runde das heißt wir werden magic für alle runden sehen grundsätzlich hätten wir jetzt einen clean cut nach drei runden werden also einem sieger ah Lance hat leider verloren der Alex für die lokal interessierten wie gesagt wer ihm zum waschbären vorbeischauen möchte ähm da ist immer am mittwoch lexi stammtisch ich denke wir in Ulm ist weiß das auch vielleicht sei er urlaubstechnisch irgendwann mal in Ulm dann schaut doch gerne auch so rein gut neun minuten dann springen wir in die nächste runde ich kann da ja schon mal vorbereiten damit wir nachher nicht so überrascht sind das ist auf einmal fast schon eine neue runde ich setze mal den runden timer zurück äh player names habe ich noch nicht aber dann gucken wir wie die nachher stehen mutmaßlich sehen wir die beiden 3-0 das macht wenig sinn jetzt nicht dieses vorgezogene finale zu sehen also auch wenn der 4-0 nicht drawen kann ist er soweit vorne vom tiebreaker her also ziemlich sicher er am schluss auch das turnier zumindest mal als einer der top 2 plätze abschließt da bin ich sicher so jo was haben wir denn heute schon gesehen ich guck nochmal in die Archetypenliste Eldrasi sehen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr steht glaube ich jetzt 1,2 Beans Domain haben wir nicht gesehen wir haben noch keine Moongoblins gesehen Sultry haben wir schon gesehen die Dimirliste noch nicht Breakfast haben wir gesehen ähm es steht noch eine andere Sultryliste die spielt noch die stand jetzt 1,01 also auch noch ungeschlagen nach zwei Runden die könnte also noch gewinnen Create a Control haben wir nicht gesehen jetzt aber glaube ich auch an den hinteren Tischen ähm die Rescaminator Liste ich guck mal wie die steht ähm dumm 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 ja wo ist sie denn ah wir haben Drop übrigens sehe ich gerade das heißt wir haben jetzt auch Freilose die Rescaminator Liste spielt die gar nicht mit oder was die Liste kam ja habe ich eigentlich schon hier ne die spielt nicht mit zumindest nicht unter dem Namen wie sie mir geschickt wurde ok dann habe ich bisher noch keinen Reanimator gesehen also kein klassisches Reanimator die Dimirliste macht natürlich ein bisschen Graveyard Shenanigans zwei Matches nur noch sechs Minuten was ungewöhnlich ist eigentlich ist ja momentan Reanimator mit eins der am weitesten verbreiteten Decks im Legacy heute wenig bis gar nicht vorhanden klar man hat das äh Target Schild auf dem Kopf also jeder hat irgendeinen Hate Piece dagegen dabei man will nicht unbedingt unvorbereitet da reingehen so die andere Zulteil Value Liste hat verloren dafür steht jetzt eine Mehrfolg Liste 2-1 ein Match ist noch offen vom Lance von zwei Spielern die sich kennen von zwei Ullmann Locals also ich muss nochmal ganz kurz ne Break machen damit wir gleich in das nächste Partie diesmal aber nur zwei Minuten schnell im Haus mal rumspringen bin gleich zurück zum nächsten Mal so da ist er wieder kurze pause hinter uns gebracht gott eine runde eine match wie gesagt noch offen der toby gegen den ollie haben wir gerade gesehen mit der shrimp something liste wie hieß es doch gleich noch mal shrimp shack sultai value punkt man muss nicht immer alle namen verkomplizieren das war sultai value gut noch ist niemand am tisch insofern lässt die lastrunde noch ein paar minütchen auf sich warten wieder in die standings timer drei minuten und dann schauen wir wie gesagt mal auf die standings da kann ich schon mal vorbereiten ja dass wir die gleich einblenden dann kommen wir auch von oben nach unten wir haben jetzt einige toptables schon gesehen können also mal auf die archetypen die oben stehen ein bisschen anschauen dahinter wird es relativ eng also viele 2 1 ergebnisse die sich darum prügeln oben noch anzuschließen lancer 2 0 gegen sultai scam kann leider nur noch nicht rum springen machen wir aber gleich sobald das da ist ich will jetzt nur die runde nicht berechnen und den ulmer lokalen kollegen dazu viel rein pfuschen das ist jetzt nicht im sinne des erfinder nachricht aus um Ich habe mal durchgegeben, dass es jetzt natürlich Sinn macht, das 3-0 Match-Ups zu zeigen. Um einfach mal zu zeigen, die Top-Tables gegeneinander, jetzt gucken wir mal, ja die Ergebnisse sind da, sehr gut. Das heißt, wir können in die, diese Webseite, alles klar, Runde 4, nee, des Todes, Rangliste. Es tut mir leid, diese Event-Links-Seite ist leider eine Zumutung. So, jetzt haben wir es. Also, hier die Standings soweit. Wir haben Christian gerade gesehen, das ist Timo Rhinos. Wir haben Lukas schon gesehen, das ist Stiflenord. Dahinter ist die Lands-Liste auf 7 Punkten. Wir haben hier Moonstompy, also Moongoblins. Wir haben Tobi gesehen auf Painter. Philipp ist Merfolk und Eduardo ist, sage ich euch gleich. Dann wissen wir nämlich, die ganzen Top-Tables ist auch Merfolk. Also, wir haben hier in dem Mix, haben wir noch ein bisschen Merfolk, ein bisschen Lands. Sehr interessant. Ich denke, wir bekommen den 9-Punkte-Tisch. Am besten schaue ich schon mal, ob die Collee, ah ja, ja, ja. Da ist Bewegung drin. Lasst uns mal rüberspringen. Noch stimmt das nicht ganz, was da steht, aber gleich. Oder packen wir jetzt doch einen anderen Tisch hin? Mal gucken. Okay, also wir sehen nicht das 3-0 Matchup. So, also wir kriegen ein anderes Merfolk. Genau, ich glaube, Tobias gegen Philipp. Vielleicht müssen wir es näher noch tauschen. Äh, Tobias. Die sollten beide 2-1 stehen. Ich glaube, so, ne? So, in etwa soll es sein. Tobias gegen Philipp. Yes. So. Ich dachte, ich habe die Liste. Da ist sie. Merfolk. Wie gesagt, vielleicht muss ich sie gleich noch tauschen. Ich habe jetzt mal abstrahiert, dass die blauen Karten Merfolk sind. Das andere ist Tobias. Die habe ich nicht. Da müssen wir abstrahieren. Oder habe ich sie nur vorher nicht gehabt? Wir gucken mal, wie rum es jetzt wirklich ist. Ne, auf jeden Fall ist es so falsch rum. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Die wollte ich sehen und die wollte ich nicht sehen. Also, wir sind in Runde 4. Wir haben die 2-1-Tables. Ich blende euch dann für die Liste, wo ich es nicht habe, wieder eine Beispielliste ein, sobald wir den Archetypen wissen. So, jetzt läuft die Nummer. Okay, rechts, das sieht doch mehr folkig aus, wenn ihr mich fragt. Links gucken wir mal, was passiert. Oder habe ich sie last minute noch bekommen, die Liste? Okay, wir lassen uns überraschen. Runden-Timer kann man noch starten. Die Runde läuft quasi. So, let's go. Endspurt. Dann haben wir nachher vielleicht doch noch ein Finale, was relevant ist. Denn der Tobi steht, wie wir gerade gesehen haben, bei sieben Punkten. Layline, okay. Auf einem Mulligan ein Layline. Als Monoblack ist das. Moment, Monoblack habe ich doch. Ah, ich habe die Liste doch. Leute, ich habe mich angelogen. Ich bin nur blind auf meine alten Tage. Da wird jetzt aber gleich mal eskalatös losgelegt, würde ich sagen. So. Monoblack, da ist sie. Unangenehm. Okay, also wir haben es richtig beschriftet. Rechts, mehrvorg. Links, Monoblack. Leider kommt da jetzt ein Liquid Metal Coating, was unangenehm ist. Für einen Mulligan war das ein guter Start aus Monoblack, würde ich sagen. Jede Karte hat genau gepasst. Ja, da hat man wohl kein Land mehr. Hm. 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 Also Karn versuchen zu bieten. One Drop wäre gut. Weil jedes Land stirbt ja gleich. Hat mal ein ziemlicher Start, würde ich sagen. Jetzt wäre noch ein Landgut, dann hätten wir schon zwei Bieter. Mist Caller Beat Down. Wir haben vier Karns. Hm. Hm. Ein wildes Match. Wöre. Wöre. World's Match. BeantHS. ja das war ein zu crazy start ne also on the play mulligan of 6 und dann trotzdem so raus nach drawn geschmeidig würde ich sagen geschmeidig dann können wir doch mal was sagen da führt jemand 1 0 das war schon ein sehr guter start mulligans was machen wir denn recall wenn mein gegenüber schon cellistisch spielt dann brauche ich wahrscheinlich keine tightbinder ist eine karte recht teuer aber stellt halt solche trigger ab schwierig das ist schon mono black all in weil wer gut auf 1 wenn man dann auch ohne mana funktioniert aus dem gegnerischen deck gut hat man hat das karen wischbohr das heißt die ganzen wollen auf so was wird man nicht reinholen ich glaube man fühlt sich schon okay aufgestellt mit mono black grieve's main reanimate ja ja also ich sehe da nicht viel bei mono schwarz reinkommen baumaster sind okay isch wobei natürlich nach dem ersten lord ping war da auch nicht mehr so viel weg ja man unterhält sich gerade über den turn 1 der da gerade raus gehüpft ist der war schon ziemlich broken sind wir ehrlich klar wenn natürlich keine force oder ähnliches da ist eine force macht die macht den draw natürlich komplett kaputt natürlich beginnt jetzt philipp ansonsten bin ich froh dass die technik heute gut durch hält doch eigentlich recht zuverlässig dass ihr da seid und reinschaut ich glaube die leyline ist jetzt nicht backbreaking für mehrfug island go das heißt man hat wahrscheinlich eine force hand gehalten gar nichts spielen was ist das jetzt ein trickster oder das war jetzt nicht weiter überraschend dass da ein trickster ist was mich gerade wundert es werden keine flares gespielt in dem mehrfug deck man könnte ja flares spielen in mehrfug die blaue flair die was countert wenn wir eine blaue kreatur opfern normal kriegt man ja kreaturen aufs board da ist eine force of negation auf der hand da ist ein ancient tomb was da von tobias gespielt wird das heißt vier mana karen ring helm so ich lasse euch mal zwei sekunden mit dem video feed allein im moment aber die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, das will man forcen. Ja, ich glaube auch. Das ist ein lethal attack Stand jetzt. Okay, das war enough. Tobi sagt auch gerade zu viele forcen. Das ist, denke ich, auch die richtige Aussage in diesem Spot. 1-1 Grundsätzlich fühlt das Matchup trotzdem nicht so schlecht an. Das hat schon wirklich auch diesen Draw jetzt schier gebraucht. Sehr gut. Philipp sagt gerade, der hat mit zwei forcen und einem Trickster gerade eben gekiept. Das haben wir uns schon gedacht, als die Lander kamen und kein Play und dann natürlich Trickster into Force. So, dann schauen wir mal jetzt for all the marbles, wie wir so schön sagen. Jetzt geht es darum, wer auf 3.1 springen möchte. Jetzt ist wieder Mono Black on the Play natürlich. Internet ist gleich wieder besser, dann wird auch Video Feed wieder besser. Hier wieder hat es da einfach mal Performance-Einbrüche. Äh, was denn das für ein Masterpiece? Das ist wahrscheinlich eine Weile, das ist einfach, weil es fühlt sich zu langsam an in dem Matchup. Ich bin ehrlich, das fühlt sich zu langsam an. Ich habe noch kein Dark Ritual Draw gesehen aus Mono Black. Dann wird es ja auch meistens eher unangenehm. Jetzt sind Forzis, Grief Draw. Das kann schon ganz schön wehtun. Ich sehe da Mono Black schon ein bisschen vorne, ehrlicherweise. Er hat nicht versucht, mit Removal zu traden, mit dem Mehrfolgs. Ah, dann geht man auf 5 bei Philipp. Das wird doppelt bitter, wenn jetzt ein Discard Spell da auftaucht, dann ist das wahrscheinlich zu wenig. Warum ist Ashiok Dream Render eigentlich grün in der Liste? Na gut. Ich erlaube mal, dass es grün markiert wird. Die Overlays werden von MTG Goldfish zusammen gebastelt. Aber es ist, glaube ich, für euch eine recht positive Möglichkeit, das Match im Auge zu behalten. Ich glaube, jetzt kippt man gefühlt alles auf 4, äh auf 5, sorry. Ich sehe in Otavara, also zumindest mal ein Land aus dem einzigen Land, ne? Hercules Recall sehe ich da. Hat man das Recall reingeholt aus dem Sideboard, okay? Ist das schnell genug? Macht das genug? Schauen wir mal. Ja, Grief. Pitch. Vorziehs. Allerdings ein schlechtes Zeichen, wenn es vorziehs gepitcht wird. Und jetzt drei Karten vorziehen. Und jetzt drei Karten vorziehen. Mistcaller von oben. Ja, aber jetzt fehlt es schon an Ressourcen. Mistcaller wäre natürlich besser, wenn man anfängt. Jetzt ist es ein bisschen spät, wenn der Grief da ist und ins Gesicht massiert. Okay. Man hat jetzt natürlich schon viele Pitchressourcen getradet. Ja, ich denke Mono Black bietet jetzt erst mal nur drauf zu. Okay. Man möchte noch Beatdown betreiben. Das ist ein Hexcatcher auf der Hand, glaube ich. Hexcatcher und Hercules Recall. Man pretendet mal, dass man hier blocken möchte. Aber ich glaube, wenn man blockt, verliert man doch auch immer. Ja, jetzt kommt hier so ein Kahn oder sowas. Ich glaube, man darf da nicht blocken. Man muss einfach hoffen, dass man das Land von oben hittet. Ja, wenn das jetzt nächste Runde gecastet wird, ist es vorbei. Ja, schaut. Ja, wenn man jetzt nicht geblockt hätte, wäre es halt besser gewesen, das Board. Also klar, hinterher ist man immer schlauer und ich bin jetzt auch kein Mehrfolgexperte. Aber ich glaube, hier muss man das riskieren und dann einfach hoffen, man zieht sich da raus. Weil dann hätte man den Kahn pressuren können. Jetzt kommt man halt nicht mehr zurück wahrscheinlich, wenn man nicht Running Lands zieht. Ja, man kriegt den Kahn jetzt nie wieder gepressured, befürchte ich. Tag Ritual. Ring. Felde Profane. Ja, schwierig. Man kann jetzt zwar immer mal ein Fred hinlegen, aber man kommt halt nicht zurück, befürchte ich. Und Tobias muss ja nicht viel machen, außer seine Karten von oben ziehen, Länder kaputt machen. Jeder Mist Land Drop ist halt dann wirklich bitter für mehr Erfolg. Es gibt hier keinen Druck, das Spiel zu beenden. Man sucht sich dann das nächste Target raus. Klar, man kann es vielleicht einmal Hercules recallen, aber macht das was? Genau, also man sagt hier, ich habe noch nichts, was dein Graph hat exiled. Ja, man kommt trotzdem nicht zurück, auch wenn der Helm da jetzt natürlich noch nicht gekombot hat. Man castet halt kein Spell mehr, außer One Drops. Und da hatten wir noch zwei, noch vier Teilschäfer und zwei Mist Call um Deck. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, also zwei, zwei, drei, drei. Das Spiel ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, mehrfach kommt ihr nie wieder aufs Board. Man ist ja einfach ausgesperrt, das ist einfach ein hartes Lock. Philipp spielt tapfer weiter, aber das war zu befürchten, dass man hier nicht zurückkommt. Das Mulligan und dann der Discard, das ist einfach too much. Tobias steht 3-1, Philipp steht 2-2. Das ist also jetzt das Standing. Die Recalls sind reingekommen, die haben sich, selbst wenn man sie hat casten können, haben die sich nicht stark angefühlt. Also ich bin nicht sicher, wie gut die wirklich sind in dem Match-Up. Klar, man sieht einen Kahn und es gibt einen Helm und sowas, aber es kommt auch fast alles wieder. Grief hat ganze Arbeit geleistet, behaupte ich mal. So, ich lass mal kurz, bleib mal auf dem Table. Wir sind schon mit 4-5 Spielen durch. 3-4 Matches laufen noch. Sieht also ganz gut aus. Geht allerdings noch ein bisschen länger die Runde. Ich würde sagen, wir springen mal in eine kurze Pause nochmal. Mel, hi. Schön, dass du reinschaust. Ich habe jetzt leider nichts, was ich euch zeigen kann. Das heißt, wir springen mal kurz in eine Pause, 5 Minuten und dann zur letzten Runde gucken wir uns nochmal das Finale an. Da habe ich Bock drauf. Mal schauen, wer dann im Finale spielt. Einen der Spieler kennen wir auf jeden Fall dann. Wir wissen noch nicht welche, aber einen haben wir schon gesehen. Dann, don't go anywhere. Ich komme wieder, versprochen. Wir machen nur eine kurze Pause, bis die nächsten Matches durch sind und bis gleich. Wups, den Tisch brauchen wir noch nicht, soweit sind wir noch nicht. Wir springen mal hier. Hallo. Gut, also, oh wir kennen das Finale, es laufen noch zwei Partien. Das Finale wird sein Stifelnord gegen Lance. Lukas, den wir in Runde 1 gesehen haben, steht 3-0 und Tobias, den wir noch nicht gesehen haben. Lance Aficinado aus Ulm steht 2-0-1. Also in dem Moment 4-0 und 3-0-1, so muss ich sagen, die Ergebnisse sind hier noch nicht eingerechnet. Das heißt, wir werden gleich das Stifelnord gegen Lance Finale sehen. Tobi ist ein sehr erfahrener Spieler, muss man sagen, mit seinem Deck. Ich sehe ihn tatsächlich etwas vorne, aber es ist ein Finale, also das werden wir gleich am Tisch haben. Die Runde geht jetzt noch 17 Minuten, ich bereite schon mal den Finaltisch vor, denn ich ahne ja, was da passieren wird. Tobi auf 3, wir sind bei 4 Matches, 3-0-1 und auf der anderen Seite werden wir Lukas haben, auf 4-0. Also man muss nur als Technik sich als Technik Experte da präsentieren. Der Lukas hat nämlich heute die Technik aufgebaut und gestellt, also dickes Dank an Lukas raus und schaut, schon steht man in 4-0. Ich kann tatsächlich noch mal auf die Meta ein bisschen eingehen, Mel. Jetzt vorhin schon mal, wir haben einen sehr ausgeglichenen Meta. Wir haben, glaube ich, keinen Archetypen mehr als zweimal. Ich lese mal von oben da unten vor. Wir haben Eldrasi, Agro, Beans Domain, Moongoblins, Dimir Finks habe ich mal genannt, also eine Dimir-Value-Liste, Stiflenort, Sultai-Value, Merfolk, Cephalid Breakfast, nochmal Sultai-Value, Mono-Black haben wir gerade gesehen, Cradle Control haben wir noch nicht gesehen, noch eine Moons-Goblin-Liste, die Rescaminator-Liste ist nicht da, 2xLanth, Temo-Rhinos und ein Painter haben wir gesehen. Also wirklich kein Archetyp doppelt bei 20 Leuten, höchstens doppelt bei 20 Leuten. Legacy zeigt sich von seiner guten Seite, behaupte ich mal bei uns in Ulm. Ihr könnt euch den nächsten Termin übrigens auch immer leicht ausrechnen. Der nächste Termin wird der 8. September sein. Eieieiei. Da muss ich gucken, also ich versuche es möglich zu machen, aber am 7. September sind wir sehr lange bei einem anderen Magic Event. Mal gucken, ob wir da am 8. die Leute motiviert kriegen, sowohl für die Technik in Ulm zu sein, als auch mich aus dem Bett kriegen, um hier zu streamen. Ich werde es versuchen. Mir macht Spaß, wie gesagt, ihr scheint Spaß daran zu haben, ihr schaltet ein. Also warum sollten wir das nicht machen? Tobias gegen Lukas, Runde 5 werden wir gleich haben. Ich kann auch schon die Listen einblenden, weil ich einfach weiß, was sie spielen. Wenn sie dann jetzt sich nicht richtig rum hinsetzen, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich es schnell nochmal swappen. So, Lens und Stiflenord. Wie gesagt, ich sehe die Lens leider etwas vorne. Gut. Alles vorbereitet. Das Finale kann kommen. Wir haben allerdings noch zwei Matches und 14 Minuten. Die Sultai und das andere Lens spielen noch. Ich habe schon angesprochen, in zwei Wochen ist MagicBlox.de auch unter anderem mit unseren beiden Finalisten fällt mir gerade auf. Also die beiden Kollegen, die jetzt gleich im Finale gegeneinander spielen, der Lukas und der Tobi, die fahren mit dem Sebastian-Freakle und mir zum Commandfest nach Frankfurt. Das heißt, uns vier werdet ihr dort sehen. Mal in einer anderen Agide als in Legacy. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Legacy-Decks dabei haben. Ich würde es nicht ausschließen. Aber grundsätzlich sind wir da natürlich zum Commander spielen. Und ja, dann spielen wir da Commander. Wir sind am Samstag. Das kann ich euch gleich mal erzählen, wenn ich es dann rausgesucht habe zumindestens. Wir sind auf der Meet-and-Beat-Bühne von Ultimate Guard auch vertreten. Ich schaue gerade, wann unser Slot ist. Am Samstag, 14 bis 16 Uhr. Da spielen wir auf der Meet-and-Beat-Bühne Commander mit euch. Insbesondere Treasury. Das ist so ein Bonus-Rollenformat. Es gibt einen König, es gibt Protectors, es gibt Assassins. Und alle, die da teilnehmen können, von Ultimate Guard ihre Deckboxen mit dem Laser graviert bekommen. Das wird dort wieder stattfinden. Allerdings sind die Warteschlangen da natürlich entsprechend. Und alle, die bei Meet-and-Beat dabei sind, die haben die Abkürzung. Das wird eine der wenigen Möglichkeiten sein, sich dort die Deckboxen gravieren zu lassen. Insofern wäre eine Idee, hm? Ich überlege gerade, ob ich eigentlich eine. Ich habe leider einen schwarzen Archive. Mal gucken, wie man da was eingravieren kann. Den nehme ich relativ häufig mit, wenn ich so drei, vier Commander-Decks einpacke. Viele andere Creator werden natürlich auch da sein. Das heißt, wenn ihr in Frankfurt seid, laufen wir uns über den Weg. Und wir werden zusammen eine gute Zeit haben. Da bin ich sicher. Ja, wir sind quasi das neue Star-City-Games-Man, wie du siehst. Genau, wir haben jetzt diesmal aber Multiplayer-Meet-and-Beat. Das ist ein bisschen anders als die anderen Meet-and-Beats. Ich bringe Plane-Chase mit. Wir werden also Plane-Chase dort spielen. Es wird auch andere Events geben. Chaos-Drafts und sowas sind aufgetreten. Leider wahrscheinlich noch keine Mystery-Booster 2, gehe ich von aus. Kann mir nicht vorstellen, dass die da schon auftauchen. Geil wär's. Dann würde ich Mystery-Booster 2 draften. Ich sag's, wie es ist. Wir lassen uns einfach überraschen, was dort stattfindet. Gute Zeit ist quasi garantiert. Ist ja das große Community-Treffen, das entspannte Community-Treffen in Deutschland. Da ist ja auch kein Wettkampf-Gedanke oder sowas gegeben. Das Problem ist jetzt kein Regional-Chip-Qualifier, wo es auf die Platzierung, die Wins ankommt. Das Problem haben wir dort nicht. Alle Decklisten übrigens von heute findet ihr natürlich bei MTG Top 8 ab Anfang der Woche. Da werdet ihr sehen, alle Top 8 Listen mindestens mal. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr hochladen. Und ihr könnt auch auf YouTube vorbeischauen. Bei uns. Wenn ihr heute nicht alles schauen konntet. Das gibt's gar nicht. Hier, das ist quasi auch YouTube. Da wird das Video von heute, dieser Livestream, jetzt auch hochgeladen. Ich werde das gleich im Anschluss machen. Ich muss noch ein bisschen zurechtschneiden. Ein paar Pausen rausschneiden. Dass es ein bisschen straffer Gameplay ist. Mach euch Timestamps dran, damit ihr alle Matches schauen könnt. Schaut gerne auf YouTube vorbei. Lasst da den Follow da und auch Kommentare unter dem Video. Ihr wisst ja, der YouTube Algorithmus möchte gefüttert werden. So, genug Werbung in eigener Sache, würde ich mal sagen. Ich gucke noch mal rein. Die Matches laufen noch. Zehn Minuten nach dem Timer. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar und froh, dass ihr heute in der so große Anzahl einschaltet. Quasi konstant 30 oder mehr Zuschauer und Zuschauerinnen. Das ist schon sehr schäfig. Ich will nicht lügen. Das heißt übrigens auch, dass der Coon Rises schräg schräg der Waschbär das cool finden. Wenn sie so gut präsentiert werden. Das wiederum ist gut für uns. Gut für den Waschbären. Gut für den Raccoon. Leute, es ist nur gut. Ihr kriegt Coverage. Wir werden gesehen. Raccoon Rises und Waschbär werden gesehen. Da gibt es nichts, was man anders nicht sehen kann. Wer den Free Clearing vermisst, der ist jetzt schon im Stadion. Ich glaube 15.30 Uhr ist an. Ulm spielt seit heute wieder in der zweiten Bundesliga. Und eröffne die Saison zu Hause gegen Kasselslautern. Donaustadion wird beben. Ich sag's euch wie es ist. Sehr cool, dass die Spatzen wieder da sind. Haben auch die erste Runde DFB-Pokal gegen Bayern München Heimspiel. Das ist der Grund, warum der Free Clearing erst am Samstag nachkommt. Zum Commandfest. Da bin ich übrigens sehr gespannt, wenn Ulm Bayern München rauswirft in Runde 1 am Freitagabend im späten Spiel. Wie der Sebastian dann am Samstagmorgen mit dem Auto nach Frankfurt kommen will. Das könnte sehr interessant werden. Aber schauen wir mal. In Zukunftsgedanken springen wir zurück zum Legacy. Da ist ja noch alles beim Alten. Es gibt allerdings den Talk, ob Grief gebannt werden muss im Legacy. Und mittelfristig wird's passieren, oder? Ich bin mir fast sicher. Da wird's vielleicht noch ein bisschen rauszögern. Es wird jetzt vielleicht nicht mit NADU mit passieren. NADU wird ja Ende August gibt's das nächste Ban-Announcement. Also wenn NADU da nicht gebannt wird, dann weiß ich's nicht. Also klar könnte man sich diesen Schuko-Ausweg gönnen und sagen, ja, wir haben jetzt Schuko gebannt, jetzt ist NADU ja fair. Ist trotzdem scheiße. Also, ich bin ja froh, dass niemand hier NADU spielt. Wir hatten zwar Saflat Breakfast-Freunden, die allerdings nie NADU resolved haben. Aber NADU ist einfach bescheiden zu tracken. Jetzt nicht nur für die Coverage, auch fürs eigene Spiel. Ist einfach kein gutes Gameplay. Dieses zweimal pro Runde ist Quatsch. Da sind zu viele positive Effekte dann dafür drauf getackert. Er wird im Legacy sehr wahrscheinlich nicht gebannt werden, weil es ja eher so ein Nischen-Player ist, NADU. Aber Modern, da hat er jetzt ja auch großen Einfluss auf die Regional Championship Qualifier. Wurden so einige verschoben. Ich müsste mal schauen, wann die in Ulm sind. Ihr kennt ja locator.wizards.com, ne? Ich packe euch mal den Link dazu rein. Alle wichtigen Links findet ihr natürlich dann hier auch bei YouTube. Da er zum Beispiel auch zum Store von Raccoon Rises ist. Da könnt ihr euch mit Einzelkarten für alle möglichen Formate versorgen. Auch mit der Seal-Product, wie ihr es gerne hättet. Legacy. Es ist noch nicht gescheduled. Oder habe ich es übersehen? Pioneer. Ich scrolle gerade mal durch. Es wird Regional Championship Qualifier geben im Waschbären. Store Championship ist schon gescheduled. Ich glaube, man wartet auch ein bisschen ab, bis die Bannings da sind. Und der RCQ-Mod ist am 21. September. Also insofern kann man da gut warten und muss nicht auf NADO-Rolle hingehen. Bitte schön. Hier ist der zum Waschbären in Ulm. Ja, das ist halt genau das Problem. Jetzt einen Qualifier so kurz vorher zu machen, bevor die Bannings sind. Man muss ja quasi NADO spielen bei so einem RCQ, wenn man es kann, wenn man es hat. Was einfach das beste Deck im Format ist. Punkt. Insofern blöd, da ein Deck spielen zu müssen, was man dann vielleicht nicht mehr spielen kann. Panther hat auch nochmal gewonnen. Panther steht jetzt auch 3-1. Tobi haben ja vorhin gesehen. Frisch zu Gast aus Schweden. Ich weiß, es gab einige Tobi-Fanboys hier. Und Fangirls. So. Das Metagame übrigens gebrochen von den Tobi und Tobias in dieser Welt. Das ist aber mehr als zweimal im Turnier. Wir warten noch auf Sultai Value gegen, weiß ich nicht. Gegen Florian. Ich weiß nicht, was Florian spielt. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Das Match fehlt noch. Und dann können wir uns das Finale gönnen. 5 Minuten sind noch auf dem Timer. So. Genau. Der Lukas sagt es mir gerade, Finale Tobi gegen ihn. Werden wir gleich haben. Ich kündige das schon mal in die lokale WhatsApp Gruppe an. Dann kann ich nämlich den Leuten auch nochmal sagen, schaut doch einfach bei uns vorbei. Wo ist das Legacy? Da ist es. Da ist es. Und es ist einfach von oben. Jetzt Podcast. Ich bin Madame Schengen echt gut. Irgend 줄 familia ich dich. So, hervorragend. Ed, hi, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Dann kommst du rechtzeitig zum Gleichfinale in, ich sag mal, so 3, 4, 5 Minuten. Da sollten wir das letzte Ergebnis dann haben. Und dann kannst du dich auf ein Finale freuen von Stifelnord gegen Lance. Haben wir noch keinen Lance heute gesehen? Denn der Tobi ist mit einem Draw gestartet und hat seitdem, gut, er hat auch das nicht verloren, aber seitdem dann alle Matches gewonnen hat, hat sich also so langsam hochgespielt, ist hochgebobbelt und ja, oder Lukas ist einfach ungeschlagen durchgepanzert bis hierher. Und dann gönnen wir uns gleich das und wie gesagt, wer was verpasst hat, dieser Stream wird schön portioniert, schön zurechtgeschnitten, mit Timestamps versehen und landet auf YouTube, wenn es gut läuft, noch heute Abend. Ihr wisst ja Bescheid. Nächste Legacy Turnier in Ulm nochmal als Reminder, der 8. September. Ich versuche es zu übertragen. Da gibt es am Tag vorher leider ein Event, was einige Leute hier bindet. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Versprechen kann ich es leider nicht in dem Fall. Legacy 2006. Ja, Painter haben wir gerade auch schon gesehen. Ansonsten, wie gesagt, sehr ausgeglichenes Metagame. Viele verschiedene Decks. Legacy zeigt sein sonniges Gesicht hier am Sonntag aus Ulm. So, jetzt warten wir noch, bis die beiden Kollegen ihre Partie abschließen. Timeout ist in 1.30. Und dann ist Finalzeit. Und genau sowas hier werde ich zum Beispiel aus dem Stream noch rausschneiden, damit ihr dann wirklich auf dem YouTube-Video nur die Gameplays habt mit Timestamps. Ich denke, das ist da im Sinne des Erfinders. Also, wie gesagt, auch da unbedingt reinklicken, den Follow da lassen, beziehungsweise das Abo, wie es da ja heißt. Und gerne einen Kommentar. Das liebt der YouTube-Algorithmus. So, ich sehe uns schon noch hier zum großen Legacy-Stream in Deutschland werden. Wer hätte das gedacht? Zumindestens alle ein, zwei Monate. Stiflenoord hat so ein paar neue Karten bekommen. Den Troll in Murders of Call of Manor. Der macht ein bisschen was Dressdown. Das ist nicht ganz so neu, aber auch eine Karte, die natürlich da gespielt wird. Also, Florian, Olli, die kosten die Runde bis zum Limit aus. Es sei ihnen gegönnt. Deswegen gibt es den Timer. Und ich habe schon alles vorbereitet. Das heißt, wir können den Direkt loslegen. Einzige Problem ist, wenn der Lukas und Tobi sich falsch rum hinsetzen. Dann muss ich nochmal swappen. So, Merfolk, haben wir gesehen gerade. Hat verloren. Moonstompy steht 2-2. Könnte noch auf 3-2 gehen. Ne, Dressdown-Nadu-Paradoxon kenne ich nicht. Hält der sein Krimskrams oder resettet das oder was? Gerne in den Chat, dann können es alle sehen. Da habe ich wieder so ein CDH-Dinge. So, ich mache mir hier ein, zwei Dinge zu, die wir nicht mehr brauchen. Okay. Oh ja. Die Judges wollen ja auch was zu tun haben. Da wollte ich nicht draufklicken. Muss aufpassen, dass ich den Kollegen in Ulm da jetzt hier nicht reinpusche. So, Endspurt. Auf, 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 auf. Dann habe ich, glaube ich, mein Tagewerk auch relativ gut vollbracht. Wir sind jetzt fast vier Stunden online. Stunde Vorbereitung. Ja. Boah, auch so ein Arbeitstag, ne? Bisschen YouTube-Nachbearbeitung. Ja, modern. Modern, äh, spielst du ja nicht mehr lange, nah, du behaupte ich. Ja, das wäre eine der größten, wildesten Calls, wenn sie sagen, ja, ja, na, du geht schon, wir bannen einfach mal nur Schuko. Puh. Die Ausrede mit dem Value passt auch nicht, weil Nadu kostet nicht die Welt. Und jeder, der sich Nadu zusammenstellt, weiß auch, dass er da auf der Rasierklinge tanzt, ne? Also, niemand rechnet doch damit, dass Nadu ein dauerhaftes Deck ist, im Modum. So wild kann doch eigentlich niemand unterwegs sein. Ja, 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 puh, ich bin. Ja, ja, puh, ich bin. Kann man machen. Ah, frisch gemischt, dein Hirn ist eine sehr gute Einstellung. Wo ordnest du dich denn psychologisch ein? Oh, ich sehe Bewegung auf dem Tisch. Ich sehe Deckboxen. Wer übrigens noch nicht reingehört hat, nach diesem Stream ist doch ein guter Zeitpunkt, sich noch ein bisschen frisch gemischt auf die Ohren zu geben. Wenn es gut läuft, nehmen wir übrigens nächste Woche schon eine neue Folge auf, die da ein bisschen verspätet kommt, aber mit einem besonderen Gast, mit einem recht bekannten Gast. Ich will noch nicht zu viel verraten, es hat schon mal beinahe geklappt, na nicht geklappt. Aber stay tuned, könnte interessant werden. Und News gab es ja nach unserer Folge auf einmal auch noch genug. Mystery Booster, Foundation News, neues Secret Lair. What? Also, der News Blog wird, glaube ich, nie austrocknen und frisch gemischt. Ich bin ehrlich mit euch. Und auch die Hauptthemen. Ich sehe sie uns nicht so leicht ausgehen. Wir sind jetzt bei Folge 70. Also wir sind ziemlich krasses dafür, dass wir ja nur alle zwei Wochen aufnehmen. Das sind mal eben schlappe 140 Wochen. Das sind fast drei Jahre. Ei, ei, ei. Okay. Das Sulta-Match ist in einem Draw geendet. Ist für den Top-Table jetzt nicht relevant. Ach, du warst auf Wacken. Hab Wacken geschaut, oder? Naja, verstehe. Oder warst du sogar ein Wacken? Abwacken. Lauf, 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 auf, auf, auf. Pairings. wir wollen noch hier finale ist noch nicht gepaert die letzte runde show me show me show me man kann schon überlegen wo wir nachher weil ich behalte die magic zuschauer und zuschauerinnen gerne bei magic wird also auch reden alles klar letzte runde her damit oder auch nicht beziehungs die rangliste schon okay wir können die rangliste schauen weil alle ergebnisse da sind dann machen wir das dann noch mal kurz das sind die standings wir haben lukas auf 4 0 das ist der stifle not player toby dahinter der spielt lands den haben wir noch nicht gesehen heute und dann haben wir christian und die beiden toby's die wir beide schon gesehen haben toby as hafner ist mono black to be with painter christian haben wir gesehen ist themo rhinos insofern viel dabei mark haben wir noch nicht gesehen aber das sind so die 3 win kollegen also gut ab gute leistung wir müssen uns jetzt nur noch das finale gönnen da wird auch schon ins recht gesetzt also springen wir rüber so da wird schon gewürfelt wie gesagt die beiden kennen sich sehr gut die spielen wöchentlich zusammen behaupte ich und fahren mit uns zum die beiden fahren mit uns zum command fest also ja gerade drei der vier ulmer fahrer die die nach zum command fest nach frankfurt fahren die hat er gerade hier live prompt ist die kamera schon schier überfordert von so viel geilheit aber sie wird schon gleich wieder da sein da hat jemand auf die leitung getreten naja man trash talkt auch weil man weiß ich höre es und die anderen hören es nicht genau die namen sind falsch rum moment die tausche ich noch aus und wie gesagt sorry lukas ich sehe den tobi vorne passt doch ne passt alles gut was was verpasst alles richtig eingeblendet alles richtig und mit drei timer läuft glaube ich noch nicht so runde läuft noch nicht man redet gerade über das draw von lands gegen den sultai peil starten die runde den timer auf geht's das ist die finalzeit freunde lasst uns loslegen es geht immer noch um das draw oder diese hand hand bewegungen es geht um das draw in runde 1 weil sonst hätte es hier ein cleanes finale gegeben so muss man es ausspielen lukas mit einem mulligan es geht um es geht um es geht um es geht um so Mulligan Resolved Keeps Fetchland Go da ist schon eine Saga geht es doch schon wieder los muss dazu sagen der Tobi ist in Ulm noch bekannt als sehr erfolgreicher ich zieh mal Kartenspieler zieht gerne was gebraucht wird ist einfach ein Skill den muss man sich antrainieren den muss man sich antrainieren ok jetzt gucken sie sich die Wastelands an Laterne exalt erstmal nix er sagt gerade selbst das ist ein Bait wie gesagt die beiden man guckt sich an wer jetzt erst zuckt ich befürchte halt dass Lanes mehr aus dem Nichts gewinnen kann also vom leeren Board runter hmmm also Wastelands traden weil natürlich sonst jedes andere Land was kommt gewastet wird Karakas springt rein gibt auch keine Legende im Deck von Stifelnord ja Saga ist halt echt nervig ne weil die Baiter die da raus hüpfen jetzt schon auch nicht so klein sind Tobi sagt gerade tu was mit deinen sechs Handkarten Lukas tu was 4 Karten gegen 6 Karten auf der Hand ein Wasteland ein Wasteland ist halt auch nicht so klein sind gemacht Crop Rotation wird geforced mit dem Pitch vom Daze Bild ist gleich wieder besser stay tuned geht schnell keine Panik auf der Titanic alles wieder einer auf die Leitung getreten komm Leitung jetzt erhol dich wir wollen Finale gucken wir wollen Finale gucken Leitung so die Auflösung geht schon wieder hoch bitte 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 ah Leute jetzt im Finale bisher war es doch so gut so sieht wieder ein bisschen besser aus jetzt ist wieder 1080p hab ich geschwitzt da wird mal ein Basic geholt der Tanne wurde gezeichnet Hand wieder aufgefüllt bei Tobi ja das war fast zu befürchten jetzt sind ja der Shields down ne jetzt sind ja durch die Ressourcen schon ganz anders verteilt das Problem ist dass man das low mal schwer handelt man kann es halt nicht schlecht countern man fragt sich worum hier auf Basic gefetched wird schauen wir mal hm wo wurde dann Dark Debs von oben gezogen eieieieieiei eieieiei ja ja man kann sich hier noch ein bisschen wehren aber wie kommt der stiflenord hier zurück gegen recurring sagas ich tue mich schwer hier ein szenario zu finden wie es zurückkommt man kann sich hier noch ein bisschen wehren und sowas klar back to basics ist nicht main looking for answers ja das problem ist auch so ein schwert ist ja ganz nett aber was macht es denn ein fred abstellen targets für saga baubel laterne ist schon weg needle mit expedition map war ja interesting das ist übrigens ein construct was da liegt da wird sie den library gemacht und dann wasteland mehr constructs so eine map jetzt hat man die jetzt hat man die marit large die lukas kann zwar jetzt die constructs noch mal handeln aber die marit large kommt dann halt auch und die sagas kommen auch zurück also von dem spot aus schuldi luki das wird schwierig das ist nicht das ist nicht das ist nicht die 5 Damage nimmt. Was wird es denn? Holt man sich einfach das Devs hier? Das sind jetzt einfach zu viele Angriffsvektoren vom Lens. Nein, das ist ja schon bezeichnend, dass man den Lom hat und es nicht braucht. Da liegt ein Lom im Friedhof, ist egal. Braucht Lens gerade nicht. In diesem Board-Situation braucht es das gerade nicht. Der Lukas hat noch einmal Schwerter auf der Hand, glaube ich. Aber es ist halt auch so ein schlechtes Auto gegen das Board, gegen den Marit Large Token. Aber tapfer. Ich weiß gar nicht genau, warum er den Schwert hat auf 20 Leben. Das ist das Grün-Weiße Surveilland. Ich kann ja gleich nochmal resetten da Lukas, aber diese WinCon, wie machen wir das? Noch ein Schwert, noch ein Crop Rotation. Nehmen wir einfach. Hätts jetzt, glaube ich, gar nicht gebraucht. Ich glaube, der Pressure ist so gering. Ich glaube, da kannst du jetzt nicht, das kann man, glaube ich, nicht stifeln, den Trigger, oder? Irgendwann gehen ihm ja auch die Targets aus. Ich glaube, den Kampf gewinnt man nicht. Stellt die Force of Will ab, ja, okay. Weißes Mana ist gerade nicht offline. Erstmal hat er noch die Schwerter noch offen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine Tag für fünf. Okay, wird wieder N-segmentet, damit man nächste Runde noch einmal die Option hat, einen Stifel Dreadnought hinzulegen oder einen Nile Drifter zu casten, der bleibt. Die Force können wir nur hard casten, das Wasteland macht nichts, weil da ein Crucible liegt. Stiftet hat sich. Ja, Stiftet hat sich. Das ist eine Stiftet. Ja, 31, 8. Ich glaube, der Damage ist einfach nicht schnell genug. Das ist ein Piffing-Niedel. Ja, ich glaube auch, wenn man so viel Leben hat, dann kann man auch einfach Karten nehmen. Das ist Shifting Woodland. Da wird geschwertet. Das geht nicht. Look off, das geht nicht. Ja. War jetzt sicher nicht Game-Breaking. Ich meine, da ist ein Dreadnought, aber der ist halt zu klein. Sagen wir es, wie es ist. Genau, die 8 Leben werden noch abgezogen, weil der Tobi die zwei Extra-Karten von der Sylvan Library genommen hat. Hm, da ist schon wieder ein Token. Ja, jetzt wird jede Runde quasi ein Token generiert. Das kann Stifle-Nord nicht schlagen. Fairerweise braucht Stifle-Nord doch nur den Draw, um hier das Turnier zu gewinnen. Man muss also jetzt nur ein Spiel gewinnen, weil die Matches gehen ja recht lang. So langsam gespielt wird auf jeden Fall nicht. Gehst du auf 39, Tobi? Schöne Grüße übrigens von den beiden Finalisten. Sie hoffen, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Was hat er schnell gemacht? Da wurde gerade zurückgewastelandet und dann wurde Crop-Rotation gespielt auf das Wasteland-Target. Und den Token hat er gemacht, indem er Shifting Woodland die Dark Devs im Friedhof kopiert hat. Einen Blick in den Friedhof. Wie gesagt, er hat Shifting Woodland, er hat im Friedhof die Dark Devs kopiert. Und deswegen keine Marken gehabt und deswegen gab es den Token. Genau. So leicht es kann sein, an seinen 20-20er zu kommen. Ja, ich glaube, Damage macht Lukas nicht mehr. Hier kann man zumindest einmal blocken, so einen Token. Diese Silver-Bordered-Karten sind nämlich die Constructs. Richtiger Hinweis, Malex, besser wären die richtigen Token. Ich werde eine Rüge verteilen an die Finalisten. Aber ich denke, es ist relativ klar, was da für Token liegen. Ja. Da wird sich was finden, um es in den... Das ist... Weiß ich nicht. Javi Maya? Ist ein Javi Maya im Deck? Es ist ein Javi Maya im Deck. Dann wird es wohl ein Javi Maya sein, die unterschriebene Karte da. Ich glaube, Liefel ist es... kriegt das nicht... erst recht nicht durch Karten durch. Aber Tobi hat ja auch keinen Druck. Keinen Zeitdruck. Ich glaube, das Match hier ist nicht mehr verlierbar, diese Partie. Zumindest das erste. Lukas hat doch keinen Bock mehr. 1-0. So. St. Catharines waren auch zu klein jetzt. Genau. St. Catharines waren auch zu klein. So. Was haben wir mit Rath aus dem Sideboard? Wahrscheinlich... Der macht glaube ich Permanence kaputt. Dann macht er nur Kreaturen kaputt. Der ist neu. Rath of... Rath of Disguise. Artifact Creatures. Artifact Creatures Enchantments. So. Ich würde sagen, der Rath kommt rein, hm? Hat er schon nach oben sortiert. Hat es keinen Raketenwissenschaftler gebraucht, dass man den möchte. was kommt noch rein? Ja. Das ist der Rath of Disguise. Das ist der Rath of Disguise. Das ist der Rath of Disguise. Rath of Disguise. Und der Rath? Und der Rath? So. In etwa sieht es jetzt aus, ne? Was da nach oben sortiert wurde. Ah. Die beiden Forcen noch. Der Rath kommt nicht rein. Okay. Okay. Ich glaube, das Reasoning ist, dass man nur das schnelle Spiel gewinnt. Das Grindy gelange sowieso nicht. Und deswegen den Rath nicht braucht, um das Board zu resetten. Weil wenn man bis zu dem Zeitpunkt nicht vorne ist und den entsprechenden Druck hat, gewinnt man es auch nach dem Reset nicht. Das ist, glaube ich, hier die Überlegung an der Stelle. Hmm. Da wurde gerade nach dem Fall, nach den Stats gefragt. Wie gesagt, die beiden spielen wöchentlich gegeneinander. Man weiß, man ahnt, welche Karten im Deck sind. Also. Gibt ein bisschen Tabletalk wegen dem Token. Natürlich werden die anderen besser. Aber. Wir haben es auch so verstanden, was ein Construct ist und was nicht. wirklich. Wildes Boarding. Ja, der Lukas muss schon ins Spiel gehen, wenn er das Turnier hier gewinnen möchte. Ich glaube, es braucht die schnellen Draws. Und viel, was man reinbordet in Stifle Nord ist halt eher reaktiv. Ja. 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 Und dann werden Sie dann auch beheben. Ja. Ja. Der Tobi ist immer noch von seinem Drawn Runde 1 ein bisschen durch den Wind gerade wird erzählt eigentlich war ihnen schon seit schon drei klar was passiert wie das spiel ausgeht aber sie haben für euch durchgegrindet insofern so jetzt schauen wir mal ob der Lukas den schnellen Drawer raushauen kann da ist ein Back to Basic das ist reingekommen aber da ist kein Druck oder da ist ein Dress Down der Tobi ist Loam flooded wie wir gesehen haben nimmt deswegen ein Mulligan weil nur Loams ist dann doch auch ein bisschen wenig für Lenz hat der Lukas gekiebt ja er gibt es nicht ich glaube die Hand hat zwar ein paar lustige Pieces gehabt aber einfach gar keinen Druck und er muss früh mit einem Dreadnought irgendwie aufs Board kommen sonst geht da nix schauen wir mal ob wir mit sechs Karten beide anfangen möchten da ist ein Lender Stifle Dress Down aber Pressure ist auch nicht da ne aber noch weiter runter kann der Lukas dann wahrscheinlich nicht so Tobi auch dabei denn Pondeur ist nichts zu schwör Ponder muss carryn Ponder muss einfach carryn Herr Lukas konsequent sucht er die Basics wir wissen jetzt allerdings auch dass das Back to Basic reingekommen ist das haben wir gerade auf der erstmaligen Hand gesehen immerhin war es konsequent und im ersten Spiel hat er die auch gesucht das heißt er hat den Tobi da guessing Schwerter Trull Trull wäre er will er nicht er hat glaube ich einen Stifle und sucht einen Dreadnought so der Autofokus hat auch nicht so seinen besten Tag aber es funktioniert ja der No-Look Draw ein Brainstell so der Autofokus hat auch nicht so seinen besten Tag aber es funktioniert ja der No-Look Draw ein Brainstell ja das macht natürlich jegliche Pressure schon mal schwierig Lensspieler einfach Skill Game ne schön Saga so ein Moxe Trash Talk ob er noch den zweiten Mox zeigen soll ja wie Maja wird gepitcht so hallo Stream bessere Laune please gleich wieder da wir haben übrigens eine Wired Verbindung also eigentlich daran sollte es nicht scheitern aber die Bitrate passt manchmal einfach nicht durch die Leitung ein Brainstorm ganz ruhig auf die Hand nehmen Lukas das ist kein Ponder das war ein Brainstorm das ist schon wieder so eine Situation wo Stifle Nord jetzt ein bisschen gekniffen ist so gar kein Pressure finden unangenehm also klar er kann jetzt die wieder resetten aber da liegt ja schon das Loam Herr Lukas hat es nicht geschafft mal ein Pressure Piece aufs Board zu bekommen vorhin mal einen späten Dreadnought einen zu späten Dreadnought Token 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 so ich guck mal in das restliche Turnier rein die Sultai Value Liste spielt noch wer hätt's gedacht ich glaub Oli hat jede Runde zum Zeitlimit gespielt und das Finale hier alle anderen sind durch das heißt die Traube um den Tisch wird sich vergrößern und man wird warten und man wird warten mehr Lohms mehr Lohms ja das ist bitter bitter ich meine das kranzwerk ist noch überschaubar immerhin ich glaube auch nicht dass man das loben da countern kann such mal ein pressure piece wir haben den piece was wir nicht haben ist den und haben wir noch ein stifel ein dress down haben wir noch fees ja immer ja ok ihn spielt mehr das da für noch dick als ich das heißt er wird schon wissen was er macht mich wundert jetzt dass der dreadnought weggeschafft wird auch wenn natürlich toby den zugriff auf die hellweil meint hat er sicher wird er der guru forges gespielt wenn wir schon nur ein forest spielt kann man auch den spielen er sagt gerade erst hauen dann bauen das ist beim construct vielleicht nicht immer richtig wenn man jetzt die artefakte nachlegt aber ich denke das hätte der toby gesehen fetschland jetzt hätten wir den dreadnought vermutlich gerne zurück man hat den zugriff auf die antwort auf das back to basic mich in toby kenner hat einfach casual seine heim schon gefunden oder so ja das ist alles niedlich aber es macht keinen druck das ist wie wir so schön sagen in fußballdeutsch brotlose kunst und das Endurance Okay. Wir haben wieder eine Karte aus der Hand bekommen vom Stiflenode Spieler. Surgical ist reingekommen. Wir haben das One-Up, okay. Hmm. Lass mich raten, die Saga, was war noch drin? Das war ein Dreadnought, glaube ich. Man kriegt den Bieter jetzt auf den Tisch, aber reicht das? Jetzt wird der Dreadnought gelegt und wie gesagt, jetzt kommt es an, ob der Tobi die Antwort hat. Oh, zwei. Okay. Interesting. Wir haben noch einmal Counter Protection. Nicht gegen einen Marillage Token. Für den haben wir noch keine Antwort, wenn der als Blocker auftaucht. Jetzt bin ich gespannt, ob die Beats da reichen. Wir können auf jeden Fall ein, können wir einen Token davor werfen. Mehr Sagas. Ich vermute mal, die kommen jetzt angreifen. Unangenehm. Dann ist wohl einer tot. Das ist eine Ability-Channel. Da kann er leider nicht Counter. Stifeln ja das gekonnt. Die Frage ist, bekommt man diesen einen Dreadnought jetzt so Protected, dass er zweimal Connected? Ja gut, da sind zwei Schwerte auf der Hand, aber kein weißes Mana aktuell. Mox verweist das Mana. Damit die Schwerte aktiv werden. Und die Schwerte sind ein Problem. Oh, puh. Das war einfach zu langsam. Der Draw vom Lukas. Ich glaube, es gibt ja keine Welt, in der er noch mal Connecten kann. Was ist das? Die wissen vermutlich, dass der Oli noch spielt. Das ist, wie gesagt, eins der zwei letzten laufenden Matches. Runden-Timer passt ganz gut unten. Da liegt auch in Yavimaya. Die Fetch-Länder tappen auch für Mana übrigens. Genau. Naja. Jetzt den Token-Bowern ist wichtig, weil man ihn wahrscheinlich nicht wegstifeln kann. Brazen-Borrow wäre jetzt ein guter Draw. Brazen-Borrow von oben wird regeln. Das ist der Redraw. Wollen wir vielleicht den Borrow noch finden. Das war kein Borrow. Brazen-Borrow hätte jetzt geregelt, ne? Brazen-Borrow hätte jetzt nicht geregelt, ne? Man sagt's gerade. Bounce wäre das richtige Play. Ja, der Bounce wohlt einfach nicht auftauchen. ggs ggs 2 zu 0 gab es ja noch mal ein opening um das spiel zu holen springen wir schnell rüber zu mir während die kollegen darf im handy rum tippen so und dann gucken wir mal ob die letzte runde noch läuft dann kann ich euch noch dies finalen ergebnisse denke ich zeigen aber ja wie gesagt die beiden kennen sich gut wissen wie das matchup läuft haben für euch noch ein bisschen länger gespielt als es wahrscheinlich rein ergebnis technisch relevant gewesen wäre das heißt der tor besteht 4 0 1 der lukas 4 1 sollten trotzdem platz 1 und 2 sein würde ich jetzt vermuten aber wir werden sehen was die ich zeige auf jeden fall zum abschluss gleich noch mal die standings haben wir müssen noch eine minute 30 auf das letzte ergebnis warten trotzdem very good very good fünf runden legacy am sonntag wo ist aber es doch schon 16 Uhr ja summiert sich dann doch auf noch kann ich euch nicht zeigen youtube ist ab heute abend oder morgen dann für euch der korrekte ort um die spiele ihr verpasst habt hier nachschauen zu können da ist der link zu unserem aktuellen video schrägstrich unserem kanal gerne den follow like dalassen sub heißt es glaube ich bei youtube kommentare sind immer gut für den algorithmus ansonsten den podcast gerne auch anhören da ist diese psychologie und magic ist angesagt warum spielt eigentlich der toby lenz und warum spielt der lukas steifel not solche überlegungen hat der jan unser gast in der neuen podcast folge angestellt für seine psychologie masterarbeit sehr spannend hört auf jeden fall rein und überlegt euch mal wie viel hat eure teuerste einzelkarte bis jetzt gekostet denn auch die frage taucht da auf ja genau jetzt wäre video habe ich gerade getippt so jetzt ist time in the round jetzt wird es wahrscheinlich noch in die extra züge gehen und dann haben wir alle ergebnisse beisammen nochmal das dicke dank an euch alle da draußen 38 viewers jetzt noch zum finale und auch über den ganzen tag verteilt sehr eifrig am schauen danke danke fühlt sich gut an na ergebnis wolle kommen ich kann euch schon mal vorwarnen dass wir danach zum gabriel nasib springen zum yellow hat der spielt noch drafts aber danach glaube ich pioneer challenge oh nein die hat nicht gefeiert deswegen spielt der bluebrow drafts vom yellow hat kann man schon was lernen über magic so ist nicht da schicke ich euch gleich hin aber wir warten noch auf das ergebnis thanks uh 20 players 5 rounds um ja all the results will be posted to mtgtop8.com the top 8 at least so check this out and check out our youtube channel where the video will go up as well with some cuts for breaks and timestamps for the matchups stuff like that thanks for joining even if the coverage was in german most of the time one match is still ongoing in time for the last round i will show the final results so and usually the legacy monthly will happen on the first sunday of the month next one will be on the 8th of september so not sure if we can cover it but we will try our best so noch das kleine psa an unserer englischen zuschauenden so thanks for the follow-up thanks for the follow-up that's another one more result one more result waiting 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 noch mal ein dickes dank an den lucas der heute extra früher da war die ganze technik auf seinem laptop eingerichtet hat mit mir heute früh das alles aufgebaut und eingerichtet hat und da für den sebastian den ersatzmann gemacht hat nur so war es möglich überhaupt das event toll zu bringen sonst hätte das nicht geklappt also dickes dank an den lucas der hat ein kühles getränk gut bei mir kühles getränk ist ein gutes stichwort die muss ich mir auch glaube ich gönnen auch wenn es heute nicht hochsommerlich ist kühl ist anders ich reloade nochmal den event link because reasons nope match still ongoing ihr bekommt gleich die finalen results und so gut ich sie halt habe werde ich euch von oben nach unten auch die matchups die archetypen geben der spieler dass ihr einschätzen könnt was heute performt hat und was nicht so performt hat genau wenn du jetzt herr die 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 Ups, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht rumklicke in dem Event links, sonst trage ich auf einmal noch ein Ergebnis ein, das wäre fatal. Also wir wissen, Lance ist als einziges Deck heute umgeschlagen mit 4-0-1, Tobias hat also gewonnen. Dann haben wir zwei, drei Spieler auf 4-1, das ist Lukas mit Stiflelord, den wir gerade gesehen haben, das ist Christian mit Temur Rhinos und Tobi mit Painter. Das sind die 4-1-Spieler, schauen wir mal, ich vermute der Lukas ist Zweiter, Platz 3 und 4 müssen wir dann schauen. Und dann haben wir ein breites Feld mit 3-2, der Oli hat den Time gewonnen. Das heißt, wir werden gleich die Ergebnisse haben und sobald sie hier drin sind, ich glaube, die werden mir jetzt sogar schon angezeigt. Alles klar, ich würde sie gerne sehen, die Ergebnisse. Diese Online-App ist auch eher so überschaubar. So funktioniert es nicht. Ich muss noch warten, bis die Kollegen in Ulm da Standrunde 5 berechnet haben. Und dann kann ich es euch einblenden. Leute, jetzt ihr wisst doch, dass ihr reportet habt. Jetzt macht mal finale Standings. Die Leute wollen auch ihre Preise. Ich muss mir, glaube ich, noch so eine Standleitung per Regie in den Waschbären legen lassen, um da noch so Dinge durchgeben zu können. Das wäre noch was. Ich schreibe mal eine Nachricht. Vielleicht hilft das ja. Lukas kann anfangen, den Feature-Tisch abzubauen. Und wir harren der Dinge der finalen Ergebnisse. Weil die würde ich euch schon gerne noch zeigen und nicht schuldig bleiben. Ich kann sie nicht sehen, die Ergebnisse. Ah, jetzt haben wir es. So nämlich. So nämlich. Da ist es. Standings. Da sind wir mit den finalen Ergebnissen. Der Lukas ist tatsächlich noch knapp überholt worden mit dem Second Tiebreaker. Das heißt, wir haben Lens von Tobi vor Temur, Rhinos von Christian. Lukas mit Stifelnord auf drei. Tobi mit Painter auf vier. Stefan haben wir nicht gesehen. Der hat Moon Goblins gespielt. Moonstomb, wie auch immer man es nennen möchte. Jetzt lasst mich gucken, was der Jakob gespielt hat. Der hat auch Moon Goblins gespielt. Also da zweimal. Den Tobias haben wir gesehen. Der hat Mono Black gespielt auf Platz sieben. Und die Top-8-Vollmacht-Enrique. Der hat mehr vorgespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.